Menschen zweifeln manchmal daran, ob sie es wert sind, geliebt zu werden. Deswegen geben sie ganz, ganz viel. Ich sage immer, du hast die schönsten Weihnachtsgeschenke, nur damit du sicher sein kannst, dass du nächstes Jahr wieder eingeladen wirst. Das kann aus einem Selbstzweifel oder aus einer fehlenden Selbstliebe kommen. Ich habe eine Nachricht von Anne bekommen und sie sagt, sie sei Gesichtsleserin und könne die Wahrheit über einen Menschen in seinem Gesicht lesen. Ich bin von Natur aus skeptisch und habe das nicht so ganz glauben können. Also ich habe schon die größten, stärksten vor mir gesitzen gehabt, wo auf einmal ein Tränchen runtergerollt ist, weil jemand nach 40 Jahren das erste Mal etwas über sich gehört hat, was er selbst vergessen hat. Rausgekommen ist ein ganz tiefes Gespräch darüber, warum wir uns manchmal irgendwie anders geben, als wir tatsächlich sind und warum das möglicherweise keinem auffällt, weil das alle machen. Was ich oft gesagt bekomme, ist nach dem Reading, du hast mir erlaubt, ich selbst zu sein. Im Gespräch mit Anne hat sie natürlich auch angefangen, mein Gesicht zu lesen. Und rauszubekommen, wer ich bin und was ich verstecke. Das hat mich ehrlich gesagt dann doch sehr überrascht. Du bist ein Mensch, der immer mehr gibt, als er nimmt. Und ist ziemlich persönlich geworden. Du hast so das Gefühl, anderen Menschen was Gutes tun zu wollen und für sie da zu sein. Wenn du also gerade auf dem Weg bist, die beste Version deiner selbst zu werden, lade ich dich herzlich ein, zu entdecken, ob nicht die echte Version deiner selbst die bessere ist. Falls du mich nicht kennst, ich bin Ben. Ich habe mich aus der Geschäftsführung meines Unternehmens zurückgezogen, um das zu machen, was mir wirklich Spaß macht, nämlich an diesem Tisch mit äußerst spannenden Menschen tiefe Gespräche zu führen. Was wäre, wenn du davon ausgehst, dass du so, ohne dass du was tust, ohne dass du hilfst, ohne dass du heilst, liebenswert bist? Ich wünsche dir gute Erkenntnisse mit dieser Folge ungeskriptet mit Gesichtsleserin Anne Viehhauser. Vor ein paar Jahren habe ich Lie to me verschlungen und fand das richtig, richtig geil. Geil, ne? Ja. Und dann habe ich das gegoogelt, da gibt es dieses Facts und M-Facts und da stand aber sinngemäß drin dann, das ist alles Quatsch, das würde in der Realität nicht funktionieren. Und dann habe ich das gedroppt. Und dann habe ich von dir gehört, dass es irgendwie, also von dir im wahrsten Sinne des Wortes, dass es dich gibt. Und ich frage mich, was ist Quatsch, was das, also was Gesichtslesen kann und was nicht Quatsch? Wir fangen vielleicht einfach mal an mit, was ist Quatsch? Was ist Quatsch? Wir können keine Zukunft vorher sehen. Okay. Also das ist Blödsinn. Und was tatsächlich auch Quatsch ist, ist, dass Gesichtlesen das gleiche ist wie Mikromimik lesen. Okay. Und das, Entschuldigung, aber das, was in Light to me passiert, ist Mikromimik lesen. Das heißt, er, was übrigens inzwischen tatsächlich wissenschaftlich belegt ist, er guckt sich die Muskelbewegungen im Gesicht an, macht er ja dann immer in hier Zeitlupe. Genau. Das guckt er sich an und daraus kann man rausschließen, aufgrund der Muskelbewegungen, die du hast, welche Emotionen du fühlst. Und das ist der Moment, jetzt in diesem Moment fühlst du Scham oder Ärger oder Trauer, ist egal. Aber das ist nicht das, was das Gesichtlesen macht. Eigentlich sind wir, ich sage immer, wir wären ein gutes Ehepaar, das Gesichtlesen und das Mikromimik lesen, weil die Mikromimik guckt, wie geht es dir jetzt in diesem Moment? Und das Gesichtlesen guckt sich die Strukturen an, die Relationen im Gesicht, wie groß sind deine Augen, wie groß ist der Abstand zwischen Nase und Mund? All diese Dinge, also die statischen Dinge und schließt daraus auf Talente, auf Stärken, auf Geschichten, die in deiner Kindheit passiert sind, auf deine Lebensaufgabe, auf deine Persönlichkeit. Also das heißt, aufgrund von der Statik des Gesichtes erstelle ich 20-seitige Persönlichkeitsanalysen, die dir ganz, ganz viel darüber sagen, wo die Schönheit deiner selbst liegt. Wer bist du? Wer bist du hinter all den Masken, die irgendein Mensch dir aufgedrückt hat? Wer bist du hinter dem Bild von dem, was dein Papa von dir wollte, was die Gesellschaft von dir will? Wer bist du? Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen gefragt, ob wir nicht irgendwo da hinkommen, dass Persönlichkeitstests nicht mehr über Fragebogen laufen, weil das wissen wir, Fragebogen funktionieren, da gibt es verschiedene Persönlichkeitsdimensionen. Das ist relativ sicher und auch seit 40 Jahren so, ich sage mal, Stand der Wissenschaft. Was wir aber noch nicht können, ist über einen Bluttest zum Beispiel. Du hast Gene, die machen dich aggressiv oder Gene, die machen dich besonders intelligent. Aber sinngemäß sind ja Gesichtsausprägungen irgendwie genetisch, aber du sagst, wenn du sagst, was in deiner Jugend passiert ist, auch Erfahrung, also Prägung. Das heißt, du behauptest, dass du aufgrund von physisch lesbaren Merkmalen im Gesicht sowohl genetische als auch Prägungskomponenten erlesen kannst. Und die sind relativ statisch. Genau. Die sind relativ statisch. Also statisch in dem Sinne, ich lese dein Gesicht in der Statik. Also ich muss nicht mich mit dir unterhalten, wie zum Beispiel dieser Light-to-Me-Mensch das macht oder wie jeder Mikro-Mimik. Du hast keine Mimik, wenn du neutral guckst. Deswegen kannst du keine Mimik lesen beim neutralen Schauen. Aber ich lese dein Gesicht aufgrund von Fotos. Also wo du tatsächlich auf gar keinen Fall irgendeine Mimik zeigst und ich brauche auch diese biometrischen Bilder. Deswegen Statik. Was nicht heißt, dass ich das Gesicht nicht im Laufe einem Jahr von wenigen Sekunden oder ein ganzes Leben lang immer wieder verändert. Moment, aber biometrische Passfotos sind ja deswegen eingeführt worden, weil sich die Biometrie nicht ändert. Ich kann ja selbst beim Säugling ein Foto machen, da würde ich sagen, alle Babys sehen irgendwie gleich aus. Und dann, wenn man das vermisst, dann kann man sagen, der 45-Jährige war mal der Säugling, wenn wir jetzt zwei biometrische Fotos hätten. Korrekt? Oder sehe ich das verkehrt? Ehrlicherweise keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie Biometrie in diesem Sinne läuft. Und ich überlege auch gerade, weil zum Beispiel ein Mund, also an meinem eigenen Mund ist zu erkennen, mein Mund ist in den letzten fünf Jahren, meine Oberlippe hat sich verdoppelt und mein Mund ist ein Drittel größer geworden. Deine Oberlippe hat sich verdoppelt und dein Mund insgesamt ist ein Drittel größer geworden. Warum? Weil ich viel, viel mehr rede. Weil der Mund ist nichts anderes als eine Muskulatur. Und wenn du zehn Lügestützen am Tag machst, dann siehst du auch anders aus, als wenn du die nicht machst. Und wenn du den ganzen Tag redest, auf der Bühne stehst, irgendwelche Interviews gibst, deine Berufung gefunden hast und darüber gerne redest, dann benutzt du deinen Mund häufig, und er wird größer. In dem Moment, wo du den ganzen Tag im Büro sitzt und die Lippen zusammenbeißt, weil irgendwie das Leben nicht so schön ist und du nicht sagst, ist dein Mund kleiner. Okay. Das ist denen aber aufgefallen, die biometrische Passfotos eingeführt haben. Deswegen würde ich mal denken, dass der Mund vermutlich kein biometrisches Merkmal ist. Genau. Und das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, was genau die Biomet... Weil zum Beispiel auch die Nase. Die Nase ist das variabelste Merkmal in deinem ganzen Gesicht, weil es sich dein ganzes Leben lang mit dir verändert. Sagt man nicht so, dass die Ohren das einzige Organ sind, was lebenslang wächst? Ja, es stimmt nicht ganz. Also es wächst ein bisschen. Aber warum alle alten oder fast alle alten Menschen große Ohren haben, ist, weil dein Gesicht dehydriert im Laufe des Lebens und dadurch kleiner wird. Und deswegen schauen die Ohren größer aus. Aber die sind, also sie werden schon ein bisschen größer. Jetzt kannst du auch fragen, okay, was sieht denn der Gesichtleser in großen Ohren? Und dann hat das vielleicht auch was mit viel und langen Leben zu tun. Aber tatsächlich, die Ohren wachsen nicht so sehr, wie man dachte. Okay. Aber das heißt, du kannst Charakterzüge, kannst du, also wenn du sagst, ich kann Trauma aus... Du hast nicht Trauma gesagt, sondern ich kann Erlebnisse aus der Kindheit da rauslesen. Liest du die Erlebnisse und sagst dann, okay, der ist, keine Ahnung, missbraucht worden, also wird er heute so sein? Oder liest du, ah, das ist ein besonders dominanter Mensch. Also liest du aktuelle Persönlichkeitszüge oder liest du die Geschichte? Beides. Also ich sage immer, das Gesicht ist das Buch deines Lebens und die Landkarte für deine Zukunft. Das ist ein schöner Claim. Das Gesicht ist die Landkarte... Ist das Buch deines Lebens... Ist das Buch deines Lebens und die Landkarte deiner Zukunft. Genau. Genau. Also du, na klar, du hast dein Gesicht überall dabei. Also das ist das Einzige, was immer bei dir ist und was auch am nächsten am Gehirn ist. Das heißt, alles, was du in deinem Leben tust, zeigt sich irgendwann in deinem Gesicht. Du kennst es vielleicht, du sitzt irgendeinem Freund gegenüber, der kriegt einen Anruf und innerhalb von Millisekunden verändert sich das Gesicht maßgeblich und es sieht einfach anders aus. Warum? Weil sich die Muskulatur vor allem um Auge und Mund verändert haben, weil die wiederum mit Gehirnanteilen verbunden sind durch Muskeln, die irgendeine Reaktion gezeigt haben. Und so ist das am Ende des Tages mit fast allen im Gesicht. Wenn du, keine Ahnung, einen Energieverbrauch hast, der viel zu hoch ist auf Dauer, der dich krank macht, ob das Burnout oder eine andere Krankheit ist, verlierst du deine Augenbrauen. Du verlierst Augenbrauen durch zu viel Stress? Nicht immer, aber ausgefallene Augenbrauen sind ein Zeichen für einen zu großen Energiemangel oder einen zu großen Energieverbrauch. Das kannst du dir bei Burnout-Patienten anschauen. Die haben zum Beispiel fast alle keine Augenbrauen mehr, weil die Augenbrauen von außen ausfallen. Die Augenbrauen sind ein Zeichen von Vitalität. Zum Beispiel an den Augenbrauen erkenne ich das Temperament eines Menschen, die Leidenschaft eines Menschen, wie geht er mit einem anderen Menschen um und wie gesund ist sein Körper. Und wenn ich dann verschiedene merke, es gibt 64 verschiedene Augenbrauenformen und dann guckt man sich die Augenbrauen ganz genau an und dann kannst du daraus schließen, okay, so und so geht ein Mensch mit anderen Menschen um. Also ich finde, ich bin nicht der Meinung und ich finde das ganz schwierig, das Thema, aber die Geo hat eine Studie rausgebracht oder veröffentlicht, die da sagt, du erkennst an den Augenbrauen den Narzissmus. Wo ich sage, wow, 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 nein, das wäre Schubladendenken und das ist, nein, ich sehe das nicht so, dass du den Narzissmus erkennst, aber wer sich dem Narzissmus ein bisschen näher hat, weiß, dass das Menschen sind, die sehr stark von sich selbst überzeugt sind und die sehr dominante Persönlichkeiten in ihrem Leben sind. Da gibt es, da könnte man jetzt über Narzissmus reden, ich bin kein Experte an Narzissmus, aber wir wissen auch, dass wir, der Narziss ist, oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine Dysfunktion eines bestimmten Persönlichkeitstypen und zwar dem dominanten Persönlichkeitstypen, also dem roten. Sekunde, 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 das ist mir neu. Okay. Also wir sprechen ja viel über Narzissen, was wir aber meinen, ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, weil Narzissmus eine Persönlichkeitsdimension ist, die wir alle haben. Richtig. Wir sind alle irgendwie 10 Prozent, das sind jetzt 20, 30, 40. Genau. Und ab einer gewissen Schwelle, ich sag mal 75 Prozent, wird es krankhaft. Sagt man, okay, das ist jetzt krankhaft, das ist eine narzisstische Störung. Genau. Und, okay, und da gibt es einen Persönlichkeitstypen. Von vier. Von vier. Also es gibt ja diesen blau, rot, gelb, grün persönlich, D-I-S-G, Walhai, wie sie alle heißen. Und der rote Typ, die Dysfunktion des roten Typen, dem dominanten, also eine Überfunktion, eine Über, kann, kann zu Narzissmus führen. Oder zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigen. Okay, es ist eine, okay, verstehe ich. Dominanz. Also gehen wir mal in Dominanz. Und tatsächlich erkennen wir an den Augenbrauen sehr dominante Menschen. Also Menschen, die sehr buschige und große Augenbrauen haben, sind dominante Menschen, die ein Anführerpotenzial haben, die irgendwie, ja, so eine magische Anziehungskraft für Führungsthemen haben, die sich auch nicht so gerne sagen lassen, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Und die einfach auch sehr temperamentvoll und leidenschaftlich auf die Welt gucken. So, und wenn ich das überspitze und damit nicht in meiner Persönlichkeit gesund umgehen, dann kann daraus Narzissmus werden. Ein Mensch mit einem zurückliegenden Kinn. Am Kinn erkennen wir die Konfliktbereitschaft eines Menschen. Wie geht ein Mensch in den Streit rein? Das machen wir, das sehen wir auch in der Körpersprache. Wenn ich in den Kampf gehe, dann zeige ich das Kinn so nach vorne. Und wenn ich ein fliehendes Kinn in meiner Statik habe, dann will ich nicht streiten und dann bin ich eher ein devoter Mensch. Dass ein devoter Mensch vermutlich sehr viel seltener zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigt, wie ein grundsätzlich sehr dominanter Mensch, ist für mich total verständlich. Die Gefahr ist, dahinter zu sagen, na ja, du hast große Augenbrauen, da wären wir beide ja durchaus Ansprechpartner dafür, wir sind jetzt beide Narzissten. Und das ist Schubladendenken. Das ist Schubladendenken, aber... Und nicht, stimmt nicht. Wir erkennen keine Persönlichkeitsstörungen im Gesicht. Das ist Gott sei Dank nicht erkennbar. Zumindest wissen wir nicht, wie es erkennbar wäre. Oder ich will es nicht wissen, ja. Ich gehe wirklich mega ungern zum Arzt und wahrscheinlich sogar ein bisschen zu selten. Aber ich weiß, dass ich sofort einen Termin bekomme, wenn ich einen brauche. Denn ich bin privat versichert. Und ich empfinde das als ein ganz großes Privileg und merke das immer, wenn ich mit Leuten spreche, die gesetzlich versichert sind, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, einen Termin zu bekommen. Wenn du also überlegst, dich privat zu versichern, dann wirf doch mal einen Blick auf die Clark-App. Die Clark-App gibt dir einen kostenlosen Versicherungsvergleich und du hast immer überall den Überblick, was du eigentlich für Versicherungen sonst noch hast. Wenn dir der digitale Überblick und der Preisvergleich noch nicht ausreichen, dann stehen dir bei Clark auch telefonische Experten zur Verfügung und beantworten alle deine Fragen. Ganz wichtig, Clark gehört keinem Versicherungsunternehmen, sondern ist ein unabhängiger Versicherungsmakler und kann dich daher wirklich unabhängig beraten. Und ich habe noch ein kleines Schmankerl für dich, wie du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein ergattern kannst. Lad dir die Clark-App runter, benutze meinen Code BEN64, der steht übrigens auch noch mal in der Beschreibung, und lad zwei der Versicherungen hoch, die du ohnehin schon hast. Dann hast du einen besseren Überblick und bekommst den 30-Euro-Shopping-Gutschein für Zalando, Amazon oder viele weitere coole Shops. Lad dir die Clark-App runter, nutze meinen Code BEN64 und check aus, ob nicht vielleicht deine private Krankenversicherung doch das Richtige für dich wäre. Oder du willst es nicht wissen? Würdest du es nicht wissen wollen, wenn du sagst, pass auf, du wirst jetzt beauftragt von einem Unternehmen und die suchen eine hohe Führungskraft. Und die sagen, das Problem, was wir haben, ist, wir haben richtig gute qualifizierte Kandidaten, wir wissen aber nicht, wer davon ist ein gestörter Narzisst und die Wahrscheinlichkeit auf Chefetagen, dass du Narzissten hast, ist relativ hoch. Wir wollen ausschließen, dass der ein Narzisst ist. Wäre doch geil, wenn du drauf gucken könntest und sagst, nimm mal Kandidat vier, weil fünf, den du eigentlich dachtest, der ist irgendwie zu narzisstisch für den Job. Ja, also ich verstehe den Ansatz, den du hast, alles in mir schreit nein, weil das einfach eine Menschenbeurteilung und Verurteilung und Kategorisierung wäre. Und ich glaube einfach daran, also ich lese Gesichter völlig stärkenorientiert und sag, guck mal, ich muss mir nicht anschauen, was der Mensch alles nicht kann und ich muss mir nicht anschauen, wo er schlecht drin ist, sondern ich kann mir als Chef anschauen, was kannst du besonders gut? Was sind deine Talente? Was sind deine Potenziale? Wo ist der Rahmen und wie sieht der Rahmen aus, der dir dabei hilft, maximal gut zu arbeiten? Und dann ist es meine Aufgabe als Chef zu sagen, ich baue dir diesen Raum und dabei helfe ich. Das kommt aber darauf an, auf welcher Seite du bist. Wenn du, also nehmen wir an, du wärst von der Unternehmensseite beauftragt, dann wäre es für das Unternehmen und für alle Menschen, die darin arbeiten, besser, wenn der neue Chef kein Narzisst wäre. Und es wäre für den möglichen narzisstischen Kandidaten auch besser, etwas zu finden, was besser zu ihm passt, wo er dieses narzisstische Ding nicht so ausleben kann, irgendwas fehlt dem ja. Das heißt, in der Theorie, wenn wir das nur konsequenterweise anwenden, wäre es gut, auf Unternehmensseite das zu flaggen und aber für die Position passt der nicht. Das ist ja der Job jeder Personalabteilung. Das ist ja nicht die, finde die Passion aller Bewerber, sondern wir brauchen jemanden für den Job. Mit dem Profil ist das dieses Profil und dann wiederum die Bewerber, die ja alle sonst gute Jobs haben, vermutlich, also jetzt auf dieser Ebene zumindest, da zu sagen, okay, für euch wäre es sinnvoll, mal zu überlegen, ob ihr eigentlich wirklich da sein wollt. Also, du hast mit Sicherheit recht und ich glaube, ich bleibe gerade so, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wie viele Gesichtleser den Auftrag annehmen würden und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die diesen Auftrag annehmen würden. Wie gut sie den ausfüllen und wie wahrheitsgetreu das dann ausgefüllt ist, sei mal dahingestellt. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir keine Persönlichkeitsstörung im Gesicht erkennen können. Also vielleicht schafft es ein Algorithmus. Das kann sein. Also da gibt es tatsächlich Versuche und da gibt es schon verrückte Versuche, die nicht veröffentlicht wurden, wo man irgendwie anhand der Gesichtsstrukturen erkennen konnte, ob ein Mensch, welche Sexualität er verfolgt, was auch immer, welche politischen Richtungen er hat. Und das hat wohl geklappt. Das wurde aber aus gutem Grund nicht weiterverfolgt. Bisher nicht. Und nicht in der Öffentlichkeit. Und was heißt aus gutem Grund? Naja, wozu führt das denn? Dann sagen wir alles klar. Ich brauche nur dein Gesicht und dann weiß ich, dass du, keine Ahnung, homosexuell bist und die Homosexualität passt irgendeiner Politik nicht und dann sind wir ja ganz schnell an einer Stelle, wo wir bitte nie wieder hinkommen. Ja, das ist der Schadensfall. Sollten wir an Kernenergie forschen, dann könnte auch eine Atombombe passieren. Oder wir könnten alle Energieprobleme lösen. Das ist so wie bei allem im Leben, würde ich jetzt mal unterstellen, gibt es, Ying und Yang gibt es Licht und Schatten. Und zu sagen, bei den Dingen, die das meiste Potenzial hatten, also wenn wir wissen würden, so ist dieser Mensch, eine große Schwierigkeit für viele Menschen oder für fast alle, ist ja rauszufinden, was ich will. So, wenn ich jetzt weiß, wer ich bin, wenn das einfach jemand sagt, pass auf, nee, du bist nicht der, du bist nicht der, du bist der und das stimmt wirklich. So, dann ist mir doch, ist doch mega für mich. Oder? Ja. Wobei ich mich frage, ist es wichtig zu wissen, wer ich bin, dass der Rest der Welt entscheiden kann, ob du homosexuell bist oder nicht. Also das tut ja nichts zu deiner Identifikation hinzu. Ja, aber selbst, da ist ja häufig so, meine Freundin zum Beispiel, hat einen sehr guten Riecher für Schwule, für Homosexuelle. So, und die trifft Menschen und sagt, Benjamin, der ist halt leider schwul, der ist verheiratet, hat zwei Kinder, aber der ist einfach schwul, ich sehe das. Schade für ihn, ja. Die sieht das, an welchen, die hat das nicht gelernt und sagt, das sind die 17 Merkmale, also eine Wahrscheinlichkeit von X, sondern die sagt, der ist schwul, ich weiß das, der kann sagen, was er will. So, das heißt, es gibt schon, sofern das stimmt, es gibt schon Menschen, die das irgendwie, können, die ein Gefühl haben, vielleicht auch was Übernatürliches, wie die merken, okay, der ist jetzt, es gibt ja Menschen, die sagen, ich sehe deinen Krebs. So, also nicht deinen, sondern aber, ich habe Fähigkeiten, um Dinge wahrzunehmen und wenn wir die Fähigkeiten, aber beispielsweise Krebs erkennen, wäre doch Krebsfrüherkennung, wenn wir das einfach an Genen oder an Gesichtern, wäre das doch erstmal positiv, es hat dann immer natürlich den Negativ, du kannst aus jedem Positiven was Negatives machen und aus jedem Negativen was Positives. Ja, und ich glaube, dass ein Mensch, der egal, was er sieht und auf welche Art und Weise er es sieht, also ob ich jetzt Krebs sehe, ob ich Gesichter lese, ob ich Auren lese, es ist eher egal, ob ich Arzt bin, jedes Wissen hat eine Verantwortung beziehungsweise jedes Wissen hat eine Macht und ich muss sicherstellen, dass diese Macht mit Verantwortung getragen wird. Und wenn ich, und das ist etwas, was ich dem Menschen an sich nicht zutraue, dass die Information, das ist ein Narzisst, der ist homosexuell, der wählt die AfD, was auch immer, dass das gewinnbringend für den einzelnen Menschen eingesetzt wird. Ich finde, die Gefahr, die Gefahr der Waffe ist an der Stelle viel, viel höher als die Gefahr des Schmuckstücks. Und deswegen würde ich mich total schwer damit tun, einem Wirtschaftsunternehmen das Wissen zur Verfügung zu stellen, das ist ein Narzisst und das ist keine, nur damit er mehr Millionen macht. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, es würde ja auch den Mitarbeitern helfen. Total. Aber ich glaube, dass man im Gesicht auch erkennen kann, ohne dass ich den Narzissmus sehe, ob der Mensch passt oder nicht, ob er in dieses Gerüst reinpasst. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr aktiv drinne arbeite, dass Konzerne und Unternehmen mich anrufen und sagen, hier, wir haben jetzt noch drei zur Auswahl und sag uns, wer passt am besten. Und dann bin ich nicht in der Wertung drinne, sondern dann kann ich fragen, okay, lieber Chef, was brauchst du? Brauchst du jemanden, der dich reibt, der dich voranbringt? Brauchst du jemanden, der eher hinter dir ist? Brauchst du jemanden, der für dich einspringt? Was brauchst du? Und dann kann man die zwei Menschen zusammenbringen und ganz persönlich lesen und die Vorteile und die Nachteile oder die Reibungspunkte und die Kuschelpunkte irgendwie zusammenfassen. Aber das, da muss ich doch nicht dafür sagen, du bist ein Narzisst. Das verstehe ich, aber das ist ja, am Ende des Tages will das Unternehmen ja nur den passendsten Bewerber. Und es geht ja nicht darum, zu sagen, ey, du bist ein Narzisst und du kriegst jetzt den Zettel oder einen Narzisst, sondern ich will den passendsten Bewerber und den auszuwählen, ist eigentlich etwas Positives, weil das ist für die Menschen, fürs Unternehmen, für alle und auch für den Kandidaten. Aber du wehrst dich dagegen, dem dieses, du bist jetzt psychisch krank, Label zu geben. Oder grundsätzlich ein Stempel. Das ist ja egal, ob das psychisch krank oder was. Ich kriege immer wieder vorgeworfen oder was heißt vorgeworfen? Mich fragen immer wieder viele Menschen, du sagst immer nur Positives. Ich möchte nicht bewerten und ich sage sehr wohl die Gefahren eines Menschen und ich sage sehr wohl, das ist die Gefahr, aber es hat alles auch immer eine positive Seite. Also jetzt zum Beispiel, ein Beispiel, eng aneinanderstehende Augen. Was glaubst du, was das für Menschen sind? Also so ein König Charles, so richtig eng aneinanderstehende. So fast, also nicht, sorry, schielende Augen, sondern quasi eine schmale Nase. Wäre ja die konsequen. Nee, tatsächlich nicht. Also der Abstand zwischen deinen Augen, das was dazwischen ist, kann wie bei Yvonne Cutterfeld zum Beispiel, sehr weit auseinander sein oder sehr nah aneinander. Es hat tatsächlich nichts mit der Nasenbreite zu tun. Es könnte eine optische Täuschung dann sein. Aber so Prinz, Entschuldigung, König Charles hat ganz eng aneinanderstehende Augen, da würdest du kein Auge dazwischen kriegen. Okay. Bei Yvonne Cutterfeld kriegst du zwei, naja, anderthalb dazwischen. Habe ich jetzt beide nicht vor vor Augen. Achtest du nicht drauf, gell? Bisher nicht, aber ab morgen geht's los oder ab gleich in der Stunde oder zwei. Seid mir sicher. Dann werde ich immer gucken, wie, was für Augen haben die Leute und wie viele fassen noch dazwischen. Also du hast gefragt, was wäre meine Interpretation von, irgendwie, was mir sagt, sehr verkopft. Aber vielleicht ist das, also das ist rein intuitiv. Nee, also tatsächlich sind wir alle Gesichtleser und du hast mit vielen Menschen zu tun und umso mehr du mit Menschen zu tun hast, desto besser sind deine unbewussten Gesichtlese-Skills. Okay. Weil tatsächlich unser Hirn Gesichter liest für den ersten Eindruck. Ah. Also wir sind alle Gesichtleser. Das ist nichts, das ist nicht irgendwie special. Das heißt, was du machst, ist eigentlich nur das explizit machen von Dingen, die sonst implizit passieren. Richtig. Also ich hole das unbewusste Wissen eigentlich an die Oberfläche und ich gucke, also mein Unterbewusstsein, meine innere Datenbank guckt vielleicht jetzt nur auf den Augenabstand und auf die Größe vom Mund und ich gucke halt auch noch als bewusster Gesichtleser auf die innere Helix und auf die 64 verschiedene Augenbrauenformen. Also, aber von der Sache her tut unser Hirn genau das, was ich bewusst mache auf unbewusster Ebene, es sei denn, du hättest keinen ersten Eindruck. Aber das gibt es nicht. Das ist schwer, das ist wahrscheinlich hochgradig, psychopathisch, kein erst, aber selbst das. Da müsste ja irgendein, also da gehe ich davon aus, dass irgendeine Synapse nicht da ist. Irgendwas muss kaputt sein. Du hast keinen ersten Eindruck. Also du hast keinen ersten Eindruck tatsächlich von, haben wir das Thema, Ethnologien, die du, die nicht in deinem Alltag drin sind. Also ich weiß nicht, man kommt ja oft, keine Ahnung, nach China und sagt, die sehen hier alle gleich aus. Das liegt da, die sehen nicht alle gleich aus. Wir sehen für die Filipinos genauso alle gleich aus. Das liegt einfach daran, dass wir zu wenig Vergleichsmasse haben. Und umso mehr, wenn wir dann ein halbes Jahr in China sind, dann hat unser Hirn die Vergleichsmasse und dann können wir auch einen ersten Eindruck haben. Ansonsten ist der erste Eindruck gesellschaftlich aufgrund. Das heißt ja, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, warum mein Hirn mir hier diesen fast schon bösen Vorschlag bringt, wenn ich jemanden über den ersten Eindruck täuschen möchte oder möglichst wenig Preis geben, würde ich jemanden mit einer anderen Ethnologie schicken, sodass der nicht sehen kann, was der, oder größere Schwierigkeiten hat. Wenn es keine gesellschaftliche oder pressetechnische Maske gibt. Also jetzt mal sorry, aber der Islamist, der mit seinem Turban und seinem Gewand… Meinst du Islamist oder Muslim? So. Und genau das meine ich, der Islamist, den wir kennen mit seinem Turban und seinem Gewand, der ist seit dem 11. September letztendlich der arme Moslem, der einfach nur das trägt, was ihm sein Glauben sagt. Also du hast, ne, der Turban und das Gewand des Herren ist in unserem Kopf etwas Böses, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Okay, das habe ich verstanden. Wenn du jetzt, also ja. Also ich habe quasi den Erfahrungswert, ich habe schon, ich habe hundertmal diese Fotos der Terroristen, gesehen, die hatten alle eine Turban auf, also sind für mich alle, die eine Turban auf haben, Terroristen. Und du gehst in ein Flugzeug und da ist jemand mit der Turban und du fühlst dich schlecht. So, wenn du aber in Marokko lebst, dann ist das für dich ganz normal, weil die alle da so rumlaufen. Natürlich nicht alle, aber das ist viel üblicher und du denkst, ja okay, die haben auch eine Turban auf, aber der Turban ist nicht das Signal. Der Turban ist halt für uns Westliche ein Signal für Aki, dass anders als sonst und alle, die ich mit Turban gesehen habe, so oder fast alle, haben mit Flugzeugen Gebäude geflogen. So, oder nicht alle, aber halt sehr, sehr viele. Die Dichte ist sehr, sehr hoch. Richtig, genau. Und deswegen ist dein erster Eindruck dann vielleicht nicht der erste Eindruck, den du hast, sondern das Bild, was du von dem Turban hast oder die Angst, die dahinter steckt. Lustigerweise, alle sagen ja immer, Vorurteile sind schlecht, aber Vorurteile sind ja auch nur die, das Gelernte über eine Zeit. Und wenn ich jetzt sage, okay, alle, die mit Turban, das ist ja ein sehr politisch schwieriges Beispiel, aber wir lassen das mal, das geht darum. Da habe ich gelernt, alle, die haben irgendwie einen terroristischen Hintergrund oder irgendwie schwierig. Genauso könnte ich aber lernen, dass, wenn ich im Ausland lebe, dass jeder Weiße, wenn ich in Thailand, in Pattaya lebe, dann sage ich, 50 Prozent dieser Weißen sind pädophile Sextouristen. So, das könnte man jetzt, um das jetzt umzudrehen. Und wenn wir da jetzt landen, dann sagen die, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie pädophile Sextouristen sind, der ist relativ hoch, weil da in Europa gibt es eigentlich nur pädophile Sextouristen, weil alles, was wir von denen hier sehen, ist eben das. Und deswegen habe ich gelernt, wenn ich in Pattaya ein kleines Mädchen bin und mich spricht ein weißer Mann an, dann ist Wegrennen angesagt, weil die sind möglich, mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährlich. Die hat das Vorurteil, die hat das gelernt, aber das dient ihr ja, dass die gelernt hat, das nicht auch. Nur weil der jetzt weiß ist, heißt doch jetzt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Auf der Rotlichtmeile in Pattaya, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit drastisch höher. Das heißt es nicht automatisch. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Vorurteilen, die uns sachdienlich sind oder nicht, und dem ersten Eindruck. Und wenn ich vorurteilsfrei auf jemanden gucke, dessen Ethnologie ich nicht kenne, dann bin ich vermutlich relativ frei, dann bin ich frei oder lost. Dann habe ich ja gar keinen Bezug mehr. Aber ob es das gibt, das sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Ist nicht. Also alle wissen, es gibt einen ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, man sagt ja so, there is no second chance to make a first impression. Und wenn ich jetzt ein Bewerbungstraining mache, dann sagen alle, der erste Eindruck, der erste Eindruck, der erste Eindruck. Wenn ich jetzt aber richtig verstehe, was du sagst, ist der erste Eindruck eigentlich gar kein richtiger erster Eindruck, sondern ich checke gegen, der hat zum Beispiel eng anliegende Augen. In meiner Historie waren das immer Menschen, die sehr kopflastig waren. Genau so ist es. Und dementsprechend habe ich eigentlich, das habe ich nicht explizit, aber ein Vorurteil gegenüber Menschen oder ein Erfahrungsurteil. Richtig. Nämlich Menschen, die zusammenliegende Augen haben, sind sehr kopflastig. Genau. Jetzt kommt der rein und ich habe das Gefühl, der ist ein total kopflastiger Typ. Kann ich dir überhaupt nicht sagen, warum. Aber das ist doch der erste Eindruck, basiert doch ausschließlich auf Vorurteilen. Auf Erfahrungsteile. Ich bin ein sehr zufriedener Fahrer eines sehr schnellen Elektroautos, was ich zu Hause auflade. Ich finde es deswegen geil, das Zuhause aufzuladen, weil ich keine Zeit an Tankstellen verschwenden muss. Was ich nicht so geil finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass jeder Stromanbieter mich veräppeln will. Da gibt es extrem komplexe Tarife und ich weiß, dass der Strom an der Strombörse gehandelt wird. Alle Stromanbieter kaufen da ein und versuchen, den mir teurer zu verkaufen. Jetzt habe ich aber ein geiles Unternehmen gefunden, was das für mich löst. RabotCharge kauft für dich an der Strombörse mit ihren Profis ein und die Ersparnis, die du hast im Vergleich zu deinem Grundversorger, ist deren Servicegebühr. Aber 80% der Ersparnis bekommst du. 20% gehen an RabotCharge. Das ist 100% zertifizierter Ökostrom. Mit dem kannst du bis zu 40% deiner Stromkosten sparen und das Ganze gibt es mega einfach in einer App. Nutze meinen Code Rabot, X ungeskriptet Rabot, schreibt sich R-A-B-O-T und lass dich nicht länger beim Stromtarif veräppeln. Was ist der Unterschied zwischen Erfahrung und Vorurteil? Ich stelle mir das tatsächlich in unserem Hirn vor wie so ein Algorithmus. Du hast irgendwie ganz viele Erfahrungen, also du hast ganz viele Gesichter gesehen und du hast ganz viele Erfahrungen gemacht. Und in dem Moment, unser Hirn ist ja einfach ein faszinierendes Faszinosum. Und das sagt, jetzt ist hier der Achte mit großen Augen, der irgendwie einen emotionalen Anfall hat. oder der total emotional ist und dann kriegt das Hirn den Tausendsten und ohne, dass es das bewusst weiß, ah, großes Auge, emotional, ist die Erfahrung gemacht, dass große Augen für Emotionalität stehen. Ein Vorurteil heißt ja nur, ein Vorurteil hat ja keine Erfahrung. Ich habe noch keine Erfahrung persönlich mit, Entschuldigung, dem Mann mit dem Turban gemacht. Können das nicht auch, ein Vorurteil heißt doch per Definition, ich verurteile und stecke dich in eine Kategorie, obwohl ich dich noch gar nicht kenne. Ich überlege gerade, ob das stimmt, aber ja, wahrscheinlich ist das so, ja. Und nichts anderes ist ja dann lustigerweise Gesichtslesen, das halt doch wissenschaftlich nicht legitimiert, nämlich, ich nehme Erfahrungswerte und versuche dich ohne, ich meine, du machst Gesichtlesen basierend am Foto und sagst, dieser Mensch, der so aussieht, so ist der, das ist ja die absolute Definition eines Vorurteils, du hast den nie getroffen und guckst dem nur ins Gesicht und jetzt sagst du, ich nehme nur die guten Seiten, aber vielleicht, also wir haben halt der Glaubenssatz, Vorurteile sind schlecht, aber Vorurteile sind ja unsere Lebenserfahrung, das heißt ja nicht, dass der so sein muss, aber das heißt, mein erster Eindruck ist, der ist so und so und so und so und so und so, das heißt ja nicht, dass er so sein muss. Also, wenn ich den Job als Gesichtleser richtig mache, aus meiner Perspektive und in meiner kleinen Welt, dann ist das so. Dann ist das so. Ja. Was nicht heißt und das muss man dabei, deswegen, also tatsächlich, hast du mir da jetzt was gegeben, da werde ich wahrscheinlich noch zwei Blogbeiträge darüber schreiben. Drei, vier, du bist sozusagen die Mutter aller Vorurteile. Genau, ich bin die Mutter aller Vorurteile, das ist toll. Ich wehre mich gegen das Wort Vorurteil, weil, also ich überlege gerade tatsächlich, wahrscheinlich gibt es in jeder und Gesichtlesen ist keine Wissenschaft beziehungsweise es ist nicht wissenschaftlich belegt, um ganz klar, aber jede Wissenschaft, die etwas, gut, mir fehlt der Beweis, also wenn der Unterschied zwischen deiner Tatsache und einem Vorurteil der Beweis ist, ich kann es nicht beweisen, ich kann es nur beweisen mit den Erfahrungen, die andere Menschen davon oder damit machen. Also ich wehre mich, dass es ein Vorurteil ist, aber ich gebe dir recht, dass ich ein Bild anschaue und mir einbilde, Kraft eigener Arroganz oder auch fundierten Wissen, dass ich ziemlich genau sagen kann, was du für ein Mensch bist, ja. Wenn ich das kurz interpretieren darf, ich glaube, wir haben einfach, das Wort Vorurteil ist extrem negativ kognitiv. Negativ, voll. So, wir sagen, Vorurteile sind auf jeden Fall schlecht, wir dürfen keine Vorurteile haben, aber das muss, wenn wir das kritisch hinterfragen, hier, Vera Birkenbill hat mal gesagt, fand ich sehr beeindruckend, wer niemals seine Meinung ändert, dem ist sein Ego wichtiger als die Wahrheit. Und das stimmt. Und das stimmt. Weil wir sagen, okay, Vorurteile sind auf jeden Fall schlecht, und sagen, okay, aber eigentlich ist doch gut, wenn wir ein gewisses Vorurteile, wenn jetzt jemand kommt, und der sieht irgendwie, wir haben das Gefühl, der will uns Böses. Und der hat jetzt aber vielleicht auch eine andere Hautfarbe, dann haben wir gelernt, eine andere Hautfarbe ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. So, aber wir haben ja das Gefühl, der kann ja trotzdem böse sein. Der muss ja nicht nur, weil er ein gewisses Rasseprofil hat, ein guter oder schlechter Mensch sein, aber wir haben irgendwie, irgendwas ist komisch, und dann ist es ja unsere Erfahrung, die uns das lehrt. Oder auch unsere Intuition, ne? Woher kommen die Intuition? Genau. Dann wäre ja Intuition und auch Instinkt auch ein Vorurteil. Was ja erstmal völlig in Ordnung ist. Also es ist ja, ich überlege, also wie gesagt, lese mal meinen Newsletter in zwei Wochen oder so, dann werde ich darüber geschrieben haben. Die Königin aller Vorurteile. Ich glaube, er sagte, ich bin die Königin aller Vorurteile. Aber das ist doch eigentlich, dein Beruf ist doch eigentlich, das akkurateste Vorurteil zu beschreiben, was möglich ist. Und je besser du darin bist, ein treffendes Vorurteil zu, desto besser bist du als Gesichtsleserin, right? Voll. Und jetzt bin ich noch beim Urteilen. Also in Vorurteil steckt ja das Wort Urteilen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich zumindestens mit meinem Team und auch die allermeisten Gesichtsleser, die ich kenne, nicht machen, ist ein Urteil fällen. Wenn du… Weil ein Urteil braucht ja eine Wertung. Genau, wenn du sagst, es ist wertend, aber du musst ja nicht im Sinne von bewerten, das ist gut und das ist schlecht und das ist ein toller Mensch und das ist ein blöder Mensch, sondern wenn du zum Beispiel bewertest, wie dominant oder selbstsicher jemand ist, dann sagst du, der ist dominanter. Damit ist es automatisch bewertend und urteilend. Der ist dominanter als der andere. Damit sagst du nicht, das ist ein besserer oder schlechterer Mensch, aber du bewertest… Das ist wortklammerei so ein bisschen. Nein, nein, nein. Aber du hast recht. Und ich glaube, auch da ist wieder die Energie dahinter. Und das finde ich, das ist tatsächlich die ganz große Gefahr des Gesichtlesens, dass wir aus dem… Okay, du hast eng anliegende Augen, das erstmal sehen und dahinter ein Wert steht. Und dann ist die Gefahr, und da kommen wir jetzt zurück zu der eigentlichen Frage, dass jemand sagt, nee, du bist halt ein Sturkopf und bist engstirnig. Und das wäre eine Bewertung oder eine Verurteilung. Und in dem Moment, wo ich sage, und es ist auch eine Wertung, wenn ich sage, du kannst dich total gut fokussieren und die Gefahr ist, dass du im Fokus vielleicht ab und zu engstirnig wirst, dann hat das ein weniger große Verurteilung und ein weniger großes, das ist meine Meinung, sondern in dir steckt das Talent der Fokussierung. Du kannst dich total gut konzentrieren, du kannst deine Augen auf dem Teil lassen, wo es jetzt gerade wichtig ist, also Buchhalter, Controller ist egal. Und achte darauf, dass du nicht engstirnig bist. Das ist ja das, was wir eingangs so ein bisschen hatten. Es gibt nichts Positives oder es gibt nichts, was nur positiv sein kann. Genau. Wenn ich groß bin, dann kann ich nicht gleichzeitig klein sein. So ist jetzt groß sein besser als klein sein, manchmal so, manchmal so. Und das zu verstehen, das sind meine Ausprägungen, da ich bin halt sehr dominant und das Problem ist, ich könnte narzisstisch arrogant werden und Leute unterdrücken oder über den Mund fahren. Mein Problem ist aber nicht, dass ich Schwierigkeiten habe, meine Meinung zu artikulieren, weil ich artikuliere die eher zu häufig als zu selten und das zu verstehen, wie man wirklich, okay. Genau. Genau. Und genau so ist es und so ist es mit dem Narzissmus. Um da nochmal drauf zurückzukommen, ist es genau so, dass ich mit meinen Augenbrauen weiß, meine Gefahr ist eher der Narzissmus als zum Beispiel die Hysterie. Weil die Hysterie in einem anderen Persönlichkeitstypen gehört, den ich nicht so sehr in mir veranlagt habe. Und dann kann ich ja völlig wertfrei aufgrund dem Wissen meiner Augenbrauen darauf achten, dass ich in meinem Leben so viel Balance schaffe, dass ich nicht der Persönlichkeitsstörung des Narzissten erliege. Wenn man jetzt so einen Mensch, wenn man einen Menschen trifft, dann gibt es, es gibt den ersten Eindruck, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was über den Menschen zu lernen. Das eine, sagst du, sind Gesichtszüge. Ja. Dann hast du aber auch gesagt, ein Mensch besteht ja nicht nur aus einem Gesicht, also eine Gesamtkörpersprache. Dann gibt es Menschen, die sagen, Handlesen funktioniert. Dann gibt es Leute, die sagen, ich spüre den. Dann gibt es Leute, die sagen, ich sehe eine Aura. Dann gibt es Leute, die sagen, die Seele. So. Was sind aus deiner Sicht, also auch da wieder zurück auf die Frage, was ist Quatsch und was ist kein Quatsch? Wenn du einen Menschen triffst, dann triffst, ich merke, dass du guckst mir sehr stark ins Gesicht, du bist sehr gesichtsfokussiert, Beruf vermutlich. Aber was sind, wenn du jetzt einen Menschen einschätzt, wichtige Dinge, auf die du achtest? Also wie du schon sagst, es ist natürlich eine Berufskrankheit, dass ich, also ich mag es zum Beispiel auch nicht mehr zu telefonieren, das macht mich total irre, weil ich, also eine Stimme sagt ja zum Beispiel auch sehr viel über eine Person aus. Also ich brauche inzwischen sehr wohl das Gesicht und ich würde, über keine Disziplin, die du gerade gesagt hast, sagen, das ist Schwachsinn. Ich glaube, dass es, und das sehe ich zum Beispiel im Gesicht, sehr, sehr hellsichtige, feinfühlige Menschen gibt, die Energien spüren können, die wir vielleicht nicht spüren können. Und wer bin ich, zu sagen, das ist Schwachsinn? Also ich sehe im Gesicht Feinfühligkeit, ja, Sensibilität, all diese Sachen und wenn sich diese Sachen, naja, irgendwie summieren und wir das zehnmal im Gesicht haben, wer wäre ich dann zu sagen, nee, also es ist ja total blödsinn, Aura lesen zu können. Also ich, grundsätzlich sage ich erst mal, wer bin ich, um dir zu sagen, das stimmt nicht. Ich selbst glaube, gucke inzwischen sehr stark, natürlich aufs Gesicht und auf die Körpersprache und ich glaube, dass jeder, der Gesicht liest und das sage ich immer in meinen Seminaren auch, in dem Moment, wo du tief eintauchst in die Analyse des Gesichtes und du ein guter Gesichtleser sein willst, wird ein Kreis zugehen, der deine Intuition anspricht. Also du kannst nicht Gesicht lesen nur mit Analyse, sondern die Kunst ist und ja, die Kunst ist es dann mit der bedingungslosen Liebe und mit Intuition den Menschen wirklich zusammen zu puzzeln. Ich vergleiche das immer, stell dir vor, ich vergleiche das immer mit Mosaikbildern. Deine Augenbraue ist ein Mosaiksteinchen und dieses eine Mosaiksteinchen ist nichts wert. Also das sagt auch nicht Narzisst, also das wäre, also Blödsinn. Wenn du jetzt tausend Mosaiksteinchen hast und die hast du per Merkmal in deinem Gesicht, dann braucht es diesen Künstler, diesen Mosaikbildner, der das Fachwissen und das Gefühl dafür hat, ein schönes Bild draus zu machen. Musst du, du machst das jetzt ja schon sehr lange, noch kognitiv das analysieren und sagen, ah, so sind die Augenbrauen, so ist die Nase, das spricht für das oder guckst du in Gesichter und sagst, ah, okay. Das ist so spannend, dass du mich das fragst, weil ich mich das tatsächlich inzwischen auch frage. Also ich, also wenn ich selbst und ich lese nicht mehr so viel, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe, wenn ich aber selbst tatsächlich ein Reading gebe, dann gucke ich super analytisch. Also ganz genau, das ist die Augenbraue, dann habe ich meine Liste, dann puzzle ich das zusammen und daraus werden 20 Seiten Persönlichkeitsanalyse. Dann habe ich aber den Auftrag, bitte gib mir ein großes Reading, wo du deine Lebensaufgabe gesagt bekommst, okay. Jetzt habe ich ein Team und wir gucken ganz oft die Gesichter, also irgendjemand aus dem Team sagt hier, ich komme mit dem Gesicht gerade nicht klar, könnt ihr mir helfen oder ich muss ihn nochmal zurückfragen. Und dann gucke ich auf das Gesicht, also aufs Handy, auf das Bild, warte zwei Minuten und ich weiß das Thema. Also das heißt, ich glaube, ich kann beides, aber in dem Moment, wo ich den Auftrag der Analyse habe, analysiere ich und dann kommt diese Intuition während des Zusammenpuzzles. Wenn ich ein Gesicht habe, jetzt wie du, gut, jetzt habe ich dir schon länger in die Augen geschaut, jetzt ist schon wieder was anderes, aber wenn ich ein Gesicht sehe, dann kommt erst die Intuition und dann gucke ich, ob meine Intuition mit dem, was ich analysiere, übereinstimmt. Ah, interessant. Das heißt, wenn du beispielsweise einen sehr guten Psychopathen triffst, dann würdest du, also unterstellend, du würdest die Psychopathie nicht bemerken intuitiv, das ist ja häufig so bei richtig guten Psychopathen, dann triffst du den und denkst, boah, ein cooler Typ und dann redest du mit dem und puzzelst so die Teile zusammen und denkst, irgendwas ist hier, ich habe ein gutes Gefühl, aber meine Daten baue, also ich habe ein gutes Gefühl und dann kommt die Ratio rein und dann fühle ich vielleicht nochmal weiter rein und irgendwann, fällt dann so der Groschenex, das ist ein fucking Psychopathen. Okay. Also immer wieder das mit dem Psychopathen finde ich so schwierig und ich, also ja, vielleicht möchte ich das einfach nicht, vielleicht habe ich mich dafür entschieden, ich möchte, Moment, aber Psychopathen und Narzissten sind zwei völlig unterschiedliche, völlig, völlig, vollkommen, das verstehe ich schon, aber auch das ist so, ich möchte, ich möchte das Gute im Menschen sehen und ich glaube auch daran, dass es das Gute im Menschen gibt und ich glaube auch nicht daran, dass Psychopathen auf die Welt gekommen sind, einfach so, ich glaube nicht daran, dass Narzissten auf die Welt gekommen sind und ich bin überzeugt davon, was nicht heißt, dass ich jeden Psychopathen heilen kann, ich kann überhaupt nicht heilen, aber ich glaube, dass wir ganz viele Dinge durch eine Stärkenorientierung verbessern können und uns nicht ständig darauf konzentrieren sollten, warum das jetzt ein Arsch ist. Ja, aber man weiß ja ungefähr, dass so 98 Prozent der Verbrechen, ich weiß es nicht, keine genauen Zahlen, von ein bis zwei Prozent der Bevölkerung begangen werden und von denen immer, 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 immer wieder. So und Serienmörder sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Raum einen Serienmörder hast, ist viel höher als zehn einzelne Mörder. Also es gibt, es gibt Psychopathen. Voll. Die sind verloren. Und witzigerweise haben sie auch alle gleiche Gesichtsmerkmale. Woran kann man Psychopathen erkennen? Nee, eben so. Das willst du nicht. Du kriegst mich dazu nicht. Also nein, nicht, weil du mich nicht dazu kriegst, sondern weil ich da dran, also tatsächlich, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe irgendwann mir mal angeguckt, also ich gucke mir immer bestimmte Bereiche, Gruppen, Menschengruppen an und gucke, was sind deren Zusammen, also was verbindet die? Und ich habe mir tatsächlich mal Serienmörder aus Amerika angeschaut und habe sie mir nebeneinander gelegt und habe gesagt, was ist das, was sie verbindet? Und tatsächlich haben sie, es gibt im chinesischen Gesicht lesen, 36 Gesichtsformen, die schon ziemlich viel über einen Menschen verraten und alle diese Serienmörder und alle diese Serienmörder sind ein sogenanntes Baumgesicht. Das Baumgesicht zeichnet sich dadurch aus, dass das Menschen sind, die sehr viel Rinde nach außen zeigen und ihren inneren Druck nicht zur Verfügung stellen. Die sind an Menschen zugeordnet, das hört man ja auch immer, das war so ein netter Mensch. Die sind Menschen zugeordnet, möchten auf andere Menschen aufpassen, aber ihre größte Gefahr ist, dass sie so einen inneren Druck aufbauen und dass sie über ihre Gefühle und Gedanken nicht mehr sprechen und sie immer wieder in sich reinfressen, sodass es irgendwann explodiert. Und für mich ist das total logisch, dass, also weil jede andere Gesichtsform würde es nicht aushalten können, über Monate oder Jahre hinweg ein normales Leben zu führen und nachts irgendein Kind zu morden. Es würde nicht gehen, es kann nur der Baum. Das heißt aber nicht, dass alle Bäume, genau, das heißt nicht und übrigens du bist ein Baum, ich habe auch einen ganz großen Baumanteil in mir. Da müssen wir gleich mal, was ich bin und nicht bin, das interessiert mich natürlich auch brennend, ich als kleine Narzisst. Genau, also du bist eher ein Mörder und Narzisst, haben wir jetzt schon mal geklärt. Das ist schon mal gut, ja. So läuft der. Was du nicht weißt, du fährst heute nicht mehr nach Hause. Deswegen ist hier so dunkel. Es ist dunkel, wir haben sehr schwere Türen. Nein, also das ist genau das. Ich habe dir ins Gesicht geschaut, ich glaube es okay. Das ist gut. Das heißt aber nicht, dass alle Bäume Serienmörder sind. Genauso wie, es heißt nicht, dass alle buschigen Augenbrauen Narzissten sind. Aber das, und das ist das, was ich Bäume immer sage, du liebst es, für einen anderen Menschen da zu sein, du willst, dann lehnen dich an, ich bin für dich da. Das sind Sachen, die würde ein Baum immer sagen. Aber sie sind auch die Einsamen der Gedanken. Sie machen sich oft Gedanken über Dinge, die andere nicht kennen, nicht wissen, vielleicht auch, weil sie nicht so neugierig sind wie der Baum an sich. Das muss ich kurz erklären, die sind nicht so neugierig. Der Baum will immer, der will das ganze Leben wachsen, natürlich. Der sagt ja nicht mit 40, ich bin jetzt fertig, sondern der will, der hat unglaublich viel Wissensdurst in dir, stellt tausend Fragen und vielleicht ist er manchmal ein bisschen einsam mit diesen tausend Fragen stellen. Und wie auch immer, er macht sich so viele Gedanken und zeigt seine Gefühle nicht im Außen. Also Bäumen weiß man nie, wie es denen wirklich geht. Also es kann sein, dass du innerlich total am Ende bist und äußerlich mich anlächelst und sagst, yay. Das ist so eine Gefahr von einem Baum. Und ich sage zu Bäumen immer, lass mal Eichhörnchen zu. Lass mal Eichhörnchen zu, die auch hinter die Rinde gucken dürfen, die deine Gefühle kennen, die deine Gedanken mit dir teilen, so dass du weiterhin einen Zugang zu deinen eigenen Gefühlen kriegst. Weil die Gefahr des Baumes ist, dass er irgendwann seine eigenen Gefühle nicht mehr spürt. Bevor wir ganz tief in den Baum gehen, was mich natürlich mega interessiert, was für andere Wesen, Tiere, Pflanzen gibt es noch? Es gibt den Baum. Nummer eins, Baum, woran machst du das fest? Du willst jetzt nicht 36 Stück von mir haben. Es sind 36 Stück, okay, ich dachte, es gibt vier. Ich kann dir die sechs wichtigsten in Deutschland nennen. Ich könnte dir auch noch, es gibt auch Hunde und Drachen und so, also es gibt eine Menge, aber es gibt, also es ist sechs Stück und das ist witzigerweise, in China ist das was anderes, da sind die sechs anders. Da wollte ich gerade nachfragen, das heißt, das ist eine Mentalität. Mentalität, Genetik oder Prägung? Ich glaube, dass die Gesichtsform verändert sich im Leben durchschnittlich viermal und ich glaube, dass gerade die Gesichtsform etwas ist, die eher epigenetisch ist, also eher mit dem Umfeld zu tun hat. Kann man auch beobachten, in China zum Beispiel ist das Mondgesicht relativ ausgeprägt und relativ häufig zu sehen und wenn das Mondgesicht aus China nach Deutschland kommt und zehn Jahre in Deutschland war, hopps, dann ist ein Baumgesicht. Ach, verrückt. Genau, weil einfach die gesellschaftlichen Anforderungen anders sind und dadurch sich dein Gesicht auch verändert. Verrückt. Also weißt du, in China ist, also das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, was man gut nachgucken kann, in China ist ja die, die gesellschaftliche, wir sind alle eins, wir sind alle zusammen, Konkurrenz, also das ändert sich gerade, aber Konkurrenz, das alles, das gab es nicht und die Chinesen haben wirklich runde Gesichter, also es sind wirklich Mondgesichter, die total rund sind. So, das Mondgesicht steht dafür, dass es kein Konkurrenzgehabe gibt, dass das Menschen sind, die gute Kumpels sind, die in der Gemeinschaft zu Hause sind, die nicht so gerne Verantwortung übernehmen, sondern eher andere Leute machen lassen so. Und jetzt kommen die nach Deutschland und da wird dann gesagt, du musst kämpfen, du musst gewinnen, du musst die Zähne zusammenbeißen und natürlich, stell dir ein rundes Gesicht vor, was dann die Zähne zusammenbeißt und härter wird, verändert sich ja die Gesichtsform und wird vielleicht eher kastenförmig. Ach, voll. Und dadurch verändert sich die Gesichtsform, die eine andere Bedeutung hat und in Deutschland oder in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft wirst du nicht dafür gefeiert, dass du kein Konkurrenzgehabe hast. Du wirst übrigens auch nicht dafür gefeiert, dass du total das Schöne liebst und irgendwie im Gefühl zu Hause bist. Du kriegst anerzogen, es müssen die Fakten am Tisch, man muss die Zähne zusammenbeißen, wir müssen gewinnen und dann gibt es halt so zwei Gesichtsformen, das ist der König und der Baum, die machen das. Der Baum ist doch mega für die Gesellschaft, behalte deinen Scheiß für dich und kümmere dich um andere. Das ist doch genau das, was unsere Gesellschaft, und es laufen, ich weiß nicht, wie viele Bäume in der Gegend rum. Woran machst du das fest? Also was macht mich zum, oder was macht ein Baum zum Baum und mich jetzt speziell? Ja, also es ist beim Baum, es ist das Einfachste tatsächlich, weil der Baum einfach relativ lang ist und gerade an allen Seiten. Also du könntest so ein bisschen ein DIN A4-Blatt drüberlegen. Ich könnte ein DIN A4-Blatt drüberlegen? Ja, also du hast ein relativ längliches Gesicht und du bist an den Seiten der länglichen, also ein DIN A4-Blatt, bist du sehr gerade. Und das macht dich zum Baum, wenn du jetzt ein Getrunkener wärst und nicht in die längliche Form gehen würdest, dann könntest du zum Beispiel ein König sein. Was ist ein König? Ja, ein König, was ist ein König? Erzähl mal, was, was, was? Wahrscheinlich eher der Narzisst sozusagen oder der Dumme. Ah, Schubladen. Ja, ja, aber eher in die Richtung. Ich sage nicht der mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, aber der Dominante. Das stimmt. Der halt dann die Gefahr eher für die narzisstische Persönlichkeit stürmt. Genau, genau so ist es. Und der König, also beim König, da ist der Baum wirklich ein bisschen speziell. Der König, der hat kleine tiefliegende Augen, der hat eine kleinere Oberlippe als die Unterlippe, dann hat er so Linien durch die Wangen und ein sehr prägnantes Kinn, wie zum Beispiel ein typischer König in der Prominentenwelt ist Tilschweiger, ob man den jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, ist auch wurscht, aber er ist ein typischer König. So, und das sind die, die wollen auf ihrem Thron sitzen, die wollen die Chefs sein und sag mal, mit dem König, jetzt machst du das so und nicht so. Das funktioniert halt nicht. Und die sind dafür gedacht, anzuführen. Die haben Talente des Anführens und die sollen einfach vorauslaufen. Ich versuche das gerade zu übertragen. Ich habe heute Morgen Podcast zum Thema Dating gemacht. Und bestimmte Präferenzen sind, das heißt, es gibt ja zum Beispiel, wenn man Boybands oder Girlbands zusammensetzt, dann setzt man verschiedene Phänotypen ein. Aber was dahinter steht aus deiner Sicht, ist dann, hey, es gibt Frauen, die stehen auf Bäume, es gibt Frauen, die stehen auf Könige und es gibt Frauen, die stehen auf, keine Ahnung, den anderen zweiten und dritten. Und das sehen wir bei jedem Hollywood-Blockbuster. Da sind immer die Jadefrau und der Königsmann. Die Jadefrau, schön im Gefühl, die hübsche Frau mit großen Augen und vollen Lippen und der König. Kannst du dir angucken, immer. Das heißt, das ist, also der Plot, sagst du, einer der meisten Hollywood-Filme ist, es gibt den Persönlichkeitstyp Jade und den Persönlichkeitstyp König und diese Liebe, wir gucken uns quasi immer Liebesgeschichten an von Jade und König. Genau. Wir sind aber nicht alle Jade und König und können dementsprechend diese, wir sagen Hollywood-Liebe, ist ja total unrealistisch, aber manche sagen, ja, bei uns ist es genauso, bei uns ist es wie im fucking Hollywood-Film. Ja, dann ist das Licht, dass automatisch Jade und König da zusammen sind. Aber ja, die Jade, also tatsächlich, die Jade ist was sehr Weiches, was sehr Emotionales, was Gefühlvolles. Das sind Menschen, die im Stil zu Hause sind und in der Ästhetik zu Hause sind. Die sind, geh mal zu einer Jadefrau essen, da ist Herzchen an und Serviettchen hingelegt und da ist alles schön. Und es sind Frauen, und ich sage schon Frauen, eigentlich gibt es keine männlichen und weiblichen Gesichtsformen. Nur, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Männer werden denn dahingehend bestärkt. Wenn du, es gibt ganz viele kleine Jungs, vor der Pubertät, in der Pubertät, die ganz viel Jade zeigen, aber du kriegst das abgewöhnt, dann kriegst du gesagt, ein Indianerherz kennt keinen Schmerz, stell dich nicht so an, ja, dann musst du schon rational erklären. Und daraus wird dann etwas anderes. Jetzt haben Kinder, Kindergesichter und Erwachsene, Erwachsene Gesichter. Jetzt wäre die eine Möglichkeit, dass das abtrainiert wird oder weil, oder die andere Möglichkeit, dass, dass sich herauswächst. Das würde ja heißen, dass jedes Kind ein Jadegesicht ist. Nee, nicht jedes, aber das, so ein typisches Jadegesicht, das ist, also das wäre jetzt für mich eine verständliche oder nachvollziehbare These, dass man sagt, viele kleine Jungs sind Jade-Jungs und die werden, das ist ja das Einzige, was wir beobachten können, es gibt wenig Jade-Männer. So, jetzt ist die eine These. In Deutschland. In Deutschland. Internationalt anders? Vollständig anders. Okay. Ich habe einen, ich habe tatsächlich mal einen Jade-Mann gesucht im Internet, einen europäischen, in Europa findest du den fast nicht und ich habe einen gefunden in Wien. Das war ein Obdachloser. Also es gibt, und übrigens in China oder in Asien gibt es sehr, sehr viele Jade-Männer. Es ist diese im Gefühl zu Hause, ich muss mich nicht erklären, ich werde unterschätzt, ich will besessen oder ich soll besessen werden von anderen, ich werde geschätzt dafür, dass ich in der Kreativität und in der Emotion zu Hause bin. Das ist hier nicht gewünscht. Wer will denn jemanden, der sagt, oh, ich fühle und jetzt werde ich mal ein bisschen emotional und das ist in unserer Gesellschaft nicht gewünscht und deswegen passen wir uns an und wenn wir jetzt von der Form mal gucken, das Jade-Gesicht an sich hat eine Diamantform, also das ist an der Wange, am breitesten im Gesicht, hat große Augen und einen vollen Mund, also volle Lippen, große Augen, also so, es gibt jemand, der sagt, alle schönen Frauen sind Jade-Gesichter, aber das ist vielleicht auch ein eigenes Beuteschema, also kann ja, also ist ja wurscht. Und wenn du jetzt überlegst, dieser Mensch ist in der Emotion große Augen zu Hause und dann kriegt der über zehn Jahre gesagt, du musst das mal rational erklären. Du musst, du hör mal auf, ständig so, was machst du in deinem Gesicht, wenn du etwas rational verstehen willst? Du kneifst die Augen zusammen. Genau so ist das. Und damit werden die Augen kleiner. Genau so ist das. Weil du möchtest, wenn du dich konzentrierst, wenn du einen Kopfrechnen machst, all diese Sachen, dann möchtest du alles außenrum ausschließen und machst automatisch deine Augen kleiner. Und das ist ein Muskel. Das ist nichts anderes als ein Muskel. Ich versuche jetzt gerade bewusst zu denken und meine Augen zusammenzunehmen, denn dementsprechend Menschen mit kleineren Augen sind irgendwie mehr im Gehirn. Genau so ist es. Ob die jetzt klüger sind oder nicht, die benutzen. Sie gucken aus rationalen Augen auf die Welt, nur nicht aus emotionalen. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, sondern sie gucken einfach emotional oder rational. Also das ist beim Verkaufen. Verkaufst du irgendetwas über den letzten Testbericht oder verkaufst du was, weil die Farbe schön ist? Also das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat ja einfach nur was mit deinen Vorlieben zu tun. Ja, interessant. Ich überlege so, ob diese These, also ich verstehe, dass das gesellschaftlich natürlich, also du kannst viel mehr Geld verdienen, wenn du irgendwas programmierst, als wenn du dich besonders fühlst. Ja. So, das ist, wenn du jetzt 15 bist und sagst, ich bin halt nicht so gut in Mathe, ich kann auch keine Sprache, aber ich fühle halt so wahnsinnig viel, dann bin ich bei dir, dass das System, System Schule, nicht inzentiviert, wow, hier ist ja ein besonders empathischer junger Mann. Das, das sehe ich. Ich sehe aber auch, dass, mein Podcast heute Morgen war halt über Beuteschema von Frauen, geil, dass die halt alle den Bad Boy und den Maskulinität anziehen finden. Und diese Maskulinität ist, wenn ich jetzt mit meinen großen Augen fühlen durchs Leben gehe, das ist ja das, was, ich sag mal, die ganze Vogue-Community sagt, du musst mehr und nur mehr fühlen. So, das Problem ist halt, du willst dann als junger Mann auch was mit Frauen haben. Die Frauen sagen aber, wir wollen halt die Bad Boys. Aber ich habe doch große Augen und ich bin doch total, total zart. Ich bin total emotional. So, ich bin total emotional. Und da habe ich schon wieder geweint. So, dann sagen die Frauen, okay, das ist halt ganz schön für dich, das ist auch ganz super für, ne, gedönst, aber ich bumse nicht mit dir, weil du so bist, wie du bist. Und dann ist, also das ist ja die Frage, wie viel ist Gesellschaft und wie viel ist genetische Prägung der Frau, die sagt, ich selektiere dich nicht als mein Partner. Aber guck mal, so oder so ist das ein Einfluss von außen, der dich dazu bringt, dich zu verändern. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, wären diese Männer, die heute dann nicht mehr Jade-Männer sind, sondern Könige? Ja, der Übergang ist sehr hart, aber also von Jade zu Könige, das geht schon, aber. Was wird man als Jade-Junge, also was wird man für ein Mann, wenn man ein Jade-Junge ist? Gott sei Dank funktionieren diese Schubladen beim Gesichtlesen einfach nicht. Funktioniert, gibt nicht. Es geht tatsächlich alles. Du kannst sogar, ich kenne jetzt niemanden, der vom König zur Jade wurde, zur Jade zum König vielleicht eher. Also, ja. Aber es ist, also, einerseits ist es gut, wenn man nah an sich selbst und man selbst ist. Wenn man aber, ich nehme jetzt mal das Beispiel des Jade-Jungs, der zu einem Jade-Mann heranwächst und aber ständig mit Ablehnung, sowohl im Beruf, denk doch mal vernünftig darüber nach, als auch beim Daten konfrontiert wird. Ja, wenn du das vierte Mal heulst heute, hey, ich kann dich als Frau nicht emotional tragen, so, ich brauche hier einen richtigen Mann. So ungefähr. Ja, aber ich bin doch, das ist schon wieder Ablehnung und heule ich wieder. So, und dann bin ich lustigerweise sehr schnell beim Obdachlosen in Wien, der den ganzen Tag heult. So, und der ist, unterstellen wir mal, der ist nicht über die Gesellschaft oder durch externe Faktoren manipuliert worden. Ja. Und am Ende des Tages lebt er literally auf der Straße. Richtig. So, und Und deswegen gibt es nicht so viele Jahre Menschen in unserer Gesellschaft. Aber dann, wenn wir sagen, wir wollen versuchen uns, ich will versuchen, nicht selbst zu sein, wäre doch besser, wenn ich jetzt ein Jahre Junge bin, denke, okay, wenn ich jetzt ein Jahre Junge bleibe, dann ende ich da vorne in der Straße. Wenn ich es schaffe, mich irgendwie zu transformieren, dann habe ich zumindest ein Dach über meinem Kopf und vielleicht sogar eine Frau. Okay. So, und jetzt, das ist natürlich eine philosophische Diskussion. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mit, ich sehe bei einem 15-Jährigen, dass er Jade-Aspekte hat, schön in der Pubertät. Jetzt kann ich als Eltern sagen, weißt du was, geh jetzt mal aufs Fußballspiel, weil da gehen alle hin und das ist für so einen Jade-Jungen total schwierig, weil der will, der will nicht irgendwie kämpfen und so. Jetzt könnte ich ja als Mutter sagen, alles klar, ich sehe, dass du Jade bist, ich sehe, dass du ganz viel Kreativität und Emotionalität in dir hast. Was könnte ich dir denn anbieten, was dir Freude bereitet und wo du deine Stärken leben kannst? Zum Beispiel Breakdance, zum Beispiel Sprayen, zum Beispiel Musik machen. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass die Emotionalität der Heuler ist, sondern dass da einfach andere Talente dahinter stecken. Und wenn ich jetzt diesem Jungen, schon als 15-Jähriger, die Stärkenorientierung an die Hand gebe und nicht sage, alle Jungs spielen Fußball, also spielst du auch Fußball und ihm einen Raum eröffne, dass er genauso cool sein kann, wie jeder andere, in Klammern ins Ballett schicken, wäre vielleicht blöd als pubertierender Junge, dann kann ich ihm vielleicht die Stärke geben, die dann den neuen Starfotografen, den neuen krassen, ich weiß es nicht, YouTuber, tausend Sachen könnten entstehen, wenn dieser Mensch oder dieser Junge einfach nur die Chance hat, seinen Talenten zu folgen. Wenn er mit 15 auf den Fußballplatz geschickt wird und dann gegen seine eigene Persönlichkeit gehen muss, dann wird er zu einem unglücklichen Menschen. Daraus kann Depression entstehen, daraus kann, je nachdem Augenbrauen, haha, war ein Scherz, Narzissmus entstehen und daraus entstehen Persönlichkeitsstörungen, weil ein Mensch nicht in dem Zuhause sein kann, wo er eigentlich zu Hause ist. Und das ist der, wo ich einfach sage, lasst uns doch an der Stärke ansetzen und nicht sagen, ja, der Penner, der muss halt dann mal die Zähne zusammenbeißen, dann hat er auch eine Frau. Das heißt aber, du sagst, dass der Obdachlose, der Obdachlose Jademann ist nicht obdachlos, weil er ein Jademann ist, sondern weil aus welchen Gründen auch immer, er nicht richtig gefördert worden ist und der hätte das Potenzial, irgendein, der kann ja 23 Millionen andere Probleme haben. Genau. Das weiß man ja nicht, was das Leben da passiert ist. Genau. Ist natürlich N gleich 1, der einzige Jademann lebt auf der Straße. Das ist ja schon irgendwie ein, vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Ja, also ich fand das auch sehr traurig, als ich das gesehen habe und dachte mir, schade, dass das auch noch Sinn ergibt. Ja, das ist natürlich eine gesellschaftliche Frage. Gibt es unsere Gesellschaft her, zu existieren in so einer untypischen Rollenverteilung? Also der Mann, der ein Jadegesicht ist und eher weibliche Aspekte in sich trägt, was nicht heißt, dass er gleich schwul ist. Haben wir die Offenheit in unserer Gesellschaft, wirklich die Stärken zu nutzen oder sind wir einfach nicht kompetent genug, um eine Stärkenorientierung an den Tag zu legen? Ich glaube nicht, dass nur weil ein Mann emotional und kreativ ist, er dazu verbannt sein muss, auf der Straße zu leben. Daran möchte ich mal wieder nicht glauben. Ja, ich glaube, also da bin ich bei dir und ich sehe auch, also ich muss auch nicht jeder Starfotograf werden, der eine kreative Arbeit hat. Genau. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt gut rechnen kann, dass ich viel, wenn ich nur Mittel gut rechnen kann, dann finde ich immer einen Job in der Buchhaltung als Steuerberater, was auch immer, Programmierer. Was ja nicht heißt, dass ein Jade-Mann nicht rechnen kann. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin nicht so richtig, ich bin nicht richtig krass in irgendwas, aber das Krasseste für mich, ich kann halt einigermaßen gut rechnen, ich rechne halt gerne, macht mir ein bisschen Spaß. Da gibt es 23 Millionen Jobprofile für. Da fällst du in irgendein Büro rein, sag ich kein Excel, dann kannst du immer irgendwas machen. Wenn du sagst, weißt du was, ich mache halt richtig gute Fotos von Untersetzern. So, das irgendwie ökonomisch zu materialisieren, es gibt, ich habe mal einen Fotografen getroffen, der spezialisiert war auf Bierfotografie. Also diese Fotos von Bier, wie es in einem Glas ist, wie dann das Wasser daran perlt, der hat sich darauf spezialisiert. Und alle Biermarken shooten mit dem ihr Bier. Gibt es einen von, vielleicht zwei, aber nicht 4.000. und da, also meine These wäre, dass wenn ich in so einem Kreativ, wenn ich sehr kreativ einzigartig bin, dann muss ich eben, wenn es einen von mir gibt, genau diesen passenden Job finden. Und da ist die Suche relativ schwer. Wenn ich ein bisschen rechnen kann, kann ich Programmierer werden oder kann ich Accountant werden oder Steuerberater. Da kannst du in jede Tür reingehen, da ist irgendwas. Aber du musst halt dann vermutlich als Kreativer, um nicht auf der Straße, also wahrlich Kreativer, als echte Künstlerseele musst du den Ort finden, wo du wirken kannst. Voll, das stimmt. Und an der Stelle, ich möchte auch ganz klar nochmal sagen, dass auch eine Jadefrau oder ein Jademann genauso ein Programmierer sein kann. Also wir schließen die Dinge nicht aus. Ja, aber die wird vermutlich, wenn du jetzt sagst, die ist stark im Gefühl. Ja, dann wird sie kämpfen müssen. Wird die kämpfen müssen. Oder sie hat einen guten Ausgleich im Leben, das kann schon auch sein. Also ich habe zum Beispiel, aber das würde jetzt wirklich viel zu weit führen. Manchmal suchen wir uns ja auch Jobs aus, um bestimmten Anteilen in uns Ausgleich zu geben, damit wir außerhalb des Jobs unser Sein leben können. Kannst du ein Beispiel bringen? Ja, also tatsächlich, jetzt habe ich ein Ding aufgemacht. Ich hatte letztens eine Klientin, die hat Angst im Gesicht stehen gehabt. Also die hat einfach, das hat man sehr deutlich gesehen, ein lebenslanges Thema mit Angst gehabt. Und eigentlich ist sie eine sehr lebensfreudige, gelbe, delphinische Persönlichkeit und feiert das Leben auch. Aber diese Angst ist da. Und sie hat tatsächlich, sie ist Steuerberaterin. Und alles außerhalb, alles was ich an ihr gesehen habe, habe ich gedacht, wie kann diese Frau so leidenschaft, wohlbemerkt leidenschaftliche Steuerberaterin sein? Wie geht das? Das ist nicht in ihrer Persönlichkeit verankert. Dann habe ich mir gedacht, krass, sie hat die Angst im Gesicht stehen. Und die Antwort auf Angst ist in der Emotionsregulierung Sicherheit. Und die Sicherheitsaspekte werden durch Struktur und Gewissenhaftigkeit genährt. Das heißt, sie hat ein Lebensthema Angst. Sie gibt durch ihren Beruf, den sie leidenschaftlich lebt, die Balance oder den Ausgleich zur Angst, Sicherheit. Das macht sie ausbalanciert, sodass sie an anderer Stelle ihre gelbe Persönlichkeit leben kann. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du hast eine gelbe, also eine sehr emotional impulsive Steuerberaterin. Du sagst, das passt doch überhaupt nicht. Eigentlich sind Steuerberater gut, Steuerer sind blau, blau, grün. Ansonsten bist du halt kein guter Steuerberater, weil das einfach die Aufgabe erfordert. Richtig. Und weil die so ängstlich ist, eigentlich wollte die ihren Namen tanzen den ganzen Tag. Richtig. Aber das konnte sie nicht, weil die Angst hatte. Weil Namen tanzen ist halt, das ist ja genau die These, da einen Job zu finden, wo du halt deinen Namen tanzen kannst und Geld dafür bekommst und eben keine Angst haben musst. Und da war die Angst so dominant, dass sie diesen Steuerberaterposten angenommen hat, dann das Angstding lösen konnte über die Sicherheit. Genau. Aber dann ist der Job doch. Und deswegen hat sie da Leidenschaft drin. Also weil sie intuitiv oder bewusst spürt, dass diese Steuerberatertätigkeit, Gewissenhaft, Struktur, nacheinend, dass alles, was in diesem blauen Feld ist, dass ihr das die Balance gibt, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und dadurch entsteht Leidenschaft. Das hat mich total beeindruckt. Wie sicher bist du dir, dass die wirklich leidenschaftliche Steuerberater ist? Also ich bin kein professioneller Mimikresonanzleser, aber ich habe die Ausbildung komplett gemacht. Und auch vom Gesicht her, alles, was sie gesagt hat, übers Steuerberater sein, war sehr leidenschaftlich. Also da war wirkliche Freude, wirkliches Glanz in den Augen. Was hat sie? Und sie will das auch. Also sie macht trotzdem die Gesichtlese-Ausbildung. Aber das ist der Bereich. Und ich verstehe das. Ich verstehe das in Verbindung mit diesem lebenslangen Thema Angst. Da werde ich immer ehrfürchtig vor unserem Unterbewusstsein. Wie schlau das ist, in seinem Job ein Grundthema auszubalancieren, um im Leben sonst nahm zu tanzen. Geil. Geil, aber gleichzeitig auch dumm. Wäre jetzt meine These. So. Weil ein chronischer Angstzustand für uns, für die allermeisten Menschen nicht nötig ist. Wir wohnen nicht im Kriegsgebiet. Okay, da hast du recht. Und ein Angstzustand ist eigentlich ein negativer Zustand. Und das jetzt zu kompensieren mit einem, okay, ich balanciere das aus und werde jetzt leidenschaftliche Steuerberaterin. Aber wenn die schon leidenschaftliche Steuerberaterin geworden ist, wenn die die Angst weg hätte, dann wäre die die beste Namens-Tänzerin der fucking Welt geworden. Und wenn jetzt ihr Glückslevel 100 ist, könnte es 300 sein. So, und das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, so in der Beziehungswelt, ich komm da gerade mental raus, ist das Schlimmste eine 80-Prozent-Beziehung, wo du halt nicht raus bist, nicht zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. So, und wenn du da einen Job gefunden hast, wo du sagst, ja, ich bin halt irgendwie leidenschaftliche Steuerberaterin und du sagst, das kann aber eigentlich nicht sein und stellst fest, aber irgendwie bist du das doch. Aber es ist so über die Hintertür, über ein Kompensat. Was würde jetzt passieren, wenn die beispielsweise eine Hypnose-Therapie macht und das Angstthema weg ist? So, dann braucht die die Steuerberatertätigkeit nicht mehr als Kompensat für die Angst und dann würde die vermutlich ihren Job kündigen, weil die hat ja keine Angst mehr. Ja. Und würde das machen und würde sich dann vielleicht etwas in Reumut fragen, warum habe ich das nicht vor 30 Jahren schon wegtappiert? Nee, weißt du, was er gemacht hat? Was hat die gemacht? Ich finde das total geil und also sie liebt das Steuerberater und ich sage auch immer, es ist ja überhaupt gar nicht sinnvoll, wenn du 30 Jahre Steuerberater warst, hast du 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz. Dann wäre es ja dumm zu sagen, ich gehe jetzt aber Namenstänzer sein. Also das wäre ja einfach nicht sinnvoll, weil du ja 30, dann würdest du ja 30 Jahre deines beruflichen Seins in die Tonne geschmissen haben und du hast ja Kompetenzen aufgebaut, die dir keiner mehr nehmen kann. So sie, und das finde ich total geil, ist tatsächlich in die Gründungsberatung gegangen und zwar als eine sehr gelbe Person, die da dran glaubt, die hier voller Leichtigkeit auch Menschen aufheitern kann und alles mega und die jetzt die Kompetenzen mitbringt und sagt, und ich sage dir, wie du das mit den Steuern gut hinbekommst oder wie du dich da finde ich voll gut. Das ist ein schöner Plot für das tatsächlich, weil ich habe schon mit vielen Steuerberatern zusammengearbeitet, ich bin auch eher, ich sage nicht, was ich so diagnostiziert für ein Typ bin, aber du sagst mir das alles gleich und dann kann ich das alles abgleichen, aber das weißt du alles schon, ja. Es ist sehr selten, bis mir noch nie passiert, dass ich einen gelben Juristen oder Steuerberater hatte, sondern die sagen normalerweise, man kommt da rein und sagt, also pass auf, wir machen das und das und das und das und dann sagen die, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und außerdem muss das alles schon irgendwie ausgedruckt und dreimal unterschrieben irgendwie da. Und ich sage, Jungs, ja, 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 aber es geht doch hier um das Große. Und von daher glaube ich, dass Gründungsberatung, dass es halt ganz cool ist. Voll. Ich würde aber die, also als du gerade die Begründung vorgetragen hast, nämlich dann schmeißt du ja 30 Jahre deines Lebens weg, das glaube ich nicht. Ich glaube, die könnte auch was, die könnte auch ins Ballett gehen. Die hat die Lebenserfahrung, des Steuerberaterseins, des Führungskraftseins, des Selbstständigseins, das nimmt die mit und die kann der keiner mehr nehmen. Und jetzt quasi ein Branchenwechsel ist nicht, dass die bei null anfängt, sondern die hat 30 Jahre Lebenserfahrung oder professionelle Lebenserfahrung und wenn die auf der Bühne steht beispielsweise, dann macht das was mit der. Das stimmt. So und dieses, oh, dann, ich glaube nicht, dass es möglich ist, Lebenszeit wegzuschmeißen und ich glaube, dass aber viele Menschen genau davor Angst haben und sagen, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zur Feuerwehr gehe, ich wollte immer zur Feuerwehr, dann wäre das doch, dann schmeiße ich doch meinen Jura-Examen oder was auch immer weg. Also ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Schwelle eine bessere ist, also ganz viele meiner Klienten und auch Schüler sagen immer, ich kann doch nicht alles, was ich hatte, jetzt wegschmeißen. Ich habe jetzt nun mal die Steuerberaterausbildung und was mit 50, was ganz Neues anzufangen, dafür ist es zu spät. Ich glaube nicht, dass es dafür zu spät ist, aber ich glaube, dass die Schwelle es dann doch nicht zu tun, eine sehr hohe ist. Jetzt könnten wir über diese Schwelle diskutieren und sagen, lass uns hypnotisieren, dann ist die Schwelle doch nicht mehr so hoch oder aber wir sagen einfach, guck mal, du musst ja gar nicht alles 180 Grad drehen, sondern vielleicht sind es manchmal und das ist das, was ich auch beim Gesichtlesen immer wieder sehe, es sind so oft nur die kleinen Stellschrauben. Die kleinen Dinge, wo du sagst, weißt du was, ich fange jetzt einfach mal, wenn ich, wenn ich der Controller bin, aber eigentlich eine, keine Ahnung, grün-gelbe Persönlichkeit bin, dann fange ich halt an und mache eine Initiative in der Firma, wo es darum geht, dass wir besser Zusammenhalt haben und alleine diese Initiative könnte für den Menschen ausschlaggebend dafür sein, dass er wieder seine Energie findet und dann muss er nicht den Job, mit dem er seine drei Kinder, sein Haus, bla bla bla, alles erfüllt, an den Nagel hängen, sondern man kann in kleinen Schritten die Hände reichen und ich glaube, das ist für die Befriedung unserer Seele manchmal besser, als zu sagen, komm schon, alles neu. Lustigerweise schreit da mein eigener Persönlichkeitstyp so, nee, nee, wir müssen auf jeden Fall, wir reißen das Gebäude ab und bauen das einfach ganz neu, wir machen das so richtig geil. So, und dieses Jahr, wir könnten ja auch einfach drei Prozent ändern, ich bin rational komplett beide. so, für mich funktionieren meistens immer so, wir müssen das mit der Brechstange und am besten Gäste an, oder? Ob mir das so gut tut, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber, jetzt habe ich ganz viel ich gesagt, mich interessiert ja total brennend, wie dieses Baumding, wie ich bin, wie du glaubst, dass ich bin, was du möglicherweise vorher dachtest, wie ich bin und ob irgendwas, jetzt haben wir eine Stunde oder so gesessen, wo du sagst, das hat mich überrascht oder es hätte so und so sein können, und ist dann so geworden. So, eine Schnellanalyse, wer bin ich? Ich sehe gerade, du hast mich selten so angelächelt. Oh, das ist spannend. Tatsächlich passt das ein bisschen zum Baum. Du hast mich gerade sehr ehrlich angelächelt und hast dabei Zahnfleisch beim Lachen gezeigt. Okay. Und das ist tatsächlich bei Männern noch ein bisschen seltener als bei Frauen. Und das gibt dir das Glaubensbekenntnis, das Geben, denn du bist ein Mensch, der immer mehr gibt, als er nimmt. Also du hast so das Gefühl, anderen Menschen was Gutes tun zu wollen und für sie da zu sein. Es kann sogar sein, dass du heilende oder so, oder helfende Kräfte in dir hast und das wiederum passt zum Baum. Du bist ein Mensch, du willst selbst wachsen, du bist wissensdurstig, du willst aber für andere Menschen da sein. Ich habe immer so, wenn ich an den Baum denke, so früher gab es immer einen Baum auf dem Marktplatz und alle haben sich da drum gesetzt und haben da irgendwie eine gute Zeit gehabt und der Baum war immer in der Mitte, aber keiner hat mit dem Baum geredet. Also weil der Baum war halt da, der hat geschützt, der hat und dieses Bild, das habe ich tatsächlich bei dir auch so ein bisschen. Also dieses, du bist da, du willst anderen Menschen helfen, du bist aber, und das haben wir ja schon mit den Augenbrauen schon festgestellt, durchaus ein relativ dominanter Mensch. Du hast einen kleinen Gegensatz in deinem Gesicht stehen beziehungsweise in deinen Haaren stehen. Du trägst einen Undercut und das heißt, dass du eigentlich Teil des Gesamten sein möchtest und eigentlich dazugehören willst. Du trägst aber auch ein Dreitagesbart, der dir eine Abenteuerlust und eine Freiheitsliebe gibt, wo ich so denke, aha, bist du im Durchschnitt also mal voll in der Mitte und mal voll der Abenteurer, der rausgeht oder aber hast du eine schöne Balance in dir? Ich glaube, dass du ein sehr, sehr spontaner Mensch bist. Das sehe ich an deinen sehr tiefliegenden Augen, Augenbrauen, Entschuldigung, also zwischen deinen Augen und deinen Augenbrauen ist ganz wenig Abstand. Das gibt dir sehr viel Spontanität und auch Schlagfertigkeit in Verbindung mit deinem Mund, der eher rational spricht. Kannst du Menschen natürlich auch gut an die Wand stellen, wenn du das möchtest, aber du hast ja die Motivation, für andere Menschen was Gutes zu tun. Du möchtest anderen Menschen helfen und das wirst du wahrscheinlich am allerbesten über deine Kommunikation hinkriegen. Ich glaube, es hört bei dir auf, in dem Moment, wo man zu sehr spirituell, energetisch, weiß ich nicht, du willst es schon verstehen. Das sind deine, du hast sehr kleine Augen und du hast auch relativ tiefliegende Augen. Das heißt, du suchst nach Beweisen, du suchst, du beobachtest etwas, du überprüfst es sehr genau und diesen Anspruch hast du. Ich glaube aber immer, dem Menschen zugeordnet. Kannst du sagen, warum, unterstellen wir mal, ich hätte den Willen, anderen zu helfen. Kannst du sehen, warum das so ist oder ist das einfach so? Also das kann sein, dass wenn ich dich jetzt, also wenn ich jetzt ein großes Reading von dir machen würde, dann würde ich tatsächlich zwei Stunden mit deinem Foto und mir und meinem Kaffee alleine da sitzen und meinen Datenbanken. Und dann würde ich vielleicht, ich sage mal, nach anderthalb Stunden Analyse irgendwann vielleicht auf die Spur kommen und sagen, ah krass, guck mal, da war was in seiner Familie in Verbindung damit, könnte es sein, dass das der Grund ist, warum er helfen möchte. Das Glaubensbekenntnis des Gebenden sagt auch und das muss man immer so ein bisschen und da bin ich vorsichtig mit, Menschen, die das Glaubensbekenntnis des Gebenden tragen, zweifeln manchmal daran, ob sie es wert sind, geliebt zu werden. Und deswegen geben sie ganz, ganz viel, dass sie doch bitte, ich sage immer, du hast die schönsten Weihnachtsgeschenke, nur damit du sicher sein kannst, dass du nächstes Jahr wieder eingeladen wirst. Aber was wäre denn, wenn du davon ausgehst, dass du auf jeden Fall eingeladen wirst und was wäre, wenn du davon ausgehst, dass du so, ohne dass du was tust, ohne dass du hilfst, ohne dass du heilst, liebenswert bist und geliebt wirst. Also es kann aus einem, das Glaubensbekenntnis, das Gebenden sagt, es kann aus einem Selbstzweifel oder aus einer fehlenden Selbstliebe kommen. Das würde ich aber immer überprüfen wollen im Gesicht mit anderen Dingen und das kann ich Gott sei Dank nicht einfach so. Also das ist so, du kannst, nur weil ein Buch auf dem Tisch liegt, hast du es nicht gelesen. Ah, okay, du kannst aber das, die Buchbinde, das Cover. Richtig. Und die Engels hast geschrieben. Ah, okay, ich lese mal einen Paragrafen hier, Paragrafen da. Ich habe ein Gefühl, so könnte das Buch sein. Richtig. Genau, das geht. Aber wenn ich jetzt so ganz tief gucke und irgendwie bei Herr der Ringe rausfinden will, was eigentlich die Geschichte von den Enns war, und warum die da in dem Wald sind, dann muss ich dieses Buch lesen und dann muss ich, oder dann muss ich diesen Film sehen und dann muss ich es auch genau lesen und dann kann ich das nicht einfach so mal schnell machen. Also es könnte sein, dass ich eine Antwort finde, kannst du aber nicht, also sie könnte es nicht versprechen. Wenn du, wir haben ja vorhin über Farben gesprochen, würdest du, wenn du jetzt mich in einer Farbkategorie ein Kategorie siehst, das machen basierend auf meinen Gesichtszügen und auch basierend auf dem Erlebten jetzt gemeinsam mit mir? Ich glaube, dass das immer ein Gesamtspiel ist. Also das ist auch bei den Lebensaufgaben. Ich habe ein eigenes Lebensaufgabenkonzept entwickelt und da gibt es 18 Lebensaufgaben und wenn ich einen Menschen lese mit einem Foto, dann habe ich eine Idee davon, in welche Lebensaufgabe es reinfließt oder in welche Lebensaufgabe es enden wird oder wie auch immer. aber am Ende brauche ich doch dich. Also brauche ich dich und deine Energie. Wie gehst du, wie gehst du denn mit diesen Merkmalen um? Also bist du ein spontaner Mensch und ein schlagfertiger Mensch, der ständig anderen Menschen ins Wort fällt oder bist du in der Diskussion? Also ich muss das ja erst erleben und ich glaube, es wäre wiederum eine Menschenkategorisierung, wenn ich sagen würde, pah, so ist es. Also ich, Du kannst ja sagen, so scheint es mir. Ja, aber ich habe den Anspruch an mich selbst, mir dann relativ sicher zu sein und das kann ich nicht nur aufgrund des Gesichtes und auch nicht nur aufgrund des Sprachbilders. Also gerade, wenn wir ganz tief in diese Persönlichkeitstypen reingehen, da gibt es ja so viele Hinweise vom Gang über das Sprachbild, über die benutzten Worte, über was zieht der Mensch an, all diese Sachen und ich finde schon, dass man ganzheitlich auf einen Menschen gucken darf. Ich meine, du hättest ja das Problem, ich bin jetzt ja sehr Ratio, dieses Confirmation Bias, du hast das Gefühl, ich bin jetzt so und dann suchst du Elemente im Gesicht, die das bestätigen und am Ende des Tages ist es so, dass dein Gefühl die Entscheidung getroffen hat und dann schreibst du noch auf, welche Gesichtsmerkmale dafür sprechen sozusagen und dann denkst du auch selbst, dass es das Gesicht ist, aber eigentlich ist es die Energie beispielsweise. Ja, da sind wir wieder ein bisschen in der Wortklauberei, glaube ich, weil, also wenn ich jetzt, gehen wir nochmal auf dieses Beispiel, ich sehe ein Bild von meinem Team, also irgendjemand stellt was ein und ich gucke in dieses Gesicht und ich kenne den nicht, der kennt mich nicht, da ist gerade keine Interaktion dazwischen und dann lasse ich den wirken und dann kommt, glaube ich, intuitiv, viel leichter, als wenn ich selbst lese, eine Idee, keine Ahnung, steht, ist durch Traurigkeit blockiert, ist einfach da, auf die Bühne zu gehen, zum Beispiel, oder durch Angst blockiert auf die Bühne zu gehen, weiß ich nicht. Und dann kannst du natürlich sagen, oh, jetzt gucke ich mir das Gesicht an und suche danach oder aber ich bleibe neutral und ich glaube, das ist immer wichtig beim Gesicht lesen, diesen neutralen Abstand zu haben, man sollte auch nicht seinen Partner oder seine Freunde oder seine Mütter, was auch immer alles lesen, also fremde Menschen am besten lesen, dann geht es nicht darum, ich will Recht haben und da ist das Ego, ich will Recht haben und suche jetzt nach einem Aspekt, was mir Recht gibt, sondern nimm mal das als These und gucke, ob du im Gesicht eine Bestätigung dafür findest. Also Angst, ich habe das Gefühl, es ist Angst, dann gibt es verschiedene Merkmale, die darauf hinweisen, dass der Mensch eher zu Angst anstatt zu Wut neigt, zum Beispiel. Und dann guckt man, okay, was sagen die Ohren, die Augenbrauen, ach nee, das kann nicht sein. Also es ist nicht, ich will Recht haben, es ist glaube ich eine Haltung, ich will Recht haben mit meinem Gefühl, sondern könnte das, was ich gerade fühle, sein bei dem Menschen oder ist es vielleicht eine Reflexion von mir selbst oder eine Projektion von mir selbst, kann ja alles sein. Ich glaube, ich sage zu meinen Schülern immer, hört auf, Recht haben zu wollen. Es geht nicht ums Recht haben. Es geht um den Menschen. Das ist ein schöner Satz, insgesamt. Würdest du, das ist ein Thema, was mich aktuell ein bisschen beschäftigt, mich eher in die Kategorie extrovertiert oder introvertiert einordnen? Vergiss es. Du bist beides. Du kannst beides. Also du hast, du bist ein sehr rational überprüfender Mensch und ich glaube, solange du in der Überprüfung und in der Beweisfindungsphase bist, hältst du dich eher zurück und bist eher introvertiert und beobachtend. Ich glaube, wenn du dir einer Sache sehr sicher bist und wenn du vor allem vertraust, du hast zum Beispiel, du hast einen sehr vollen Mund, du hast aber gar nicht so einen großen Mund. Also du hast einen mittelgroßen Mund, großer Mund extrovertiert, kleiner Mund introvertiert, also wenn man es jetzt mal so runterbricht, auf nur ein Merkmal. Du hast aber die Möglichkeit, sehr gut über deine Gefühle zu reden und auch einen Selbstentfüllungsprozess zuzustimmen, wenn du im richtigen Kreis bist. Und ich glaube, dass wenn du im richtigen Kreis bist oder bei einem Thema bist, wo du dir sehr sicher bist, dann kannst du extrem extrovertiert sein und kannst dich auch auf die Bühne stellen und Uga-Uga machen. Und gleichzeitig kannst du super introvertiert sein, wenn du in der Beweisführung bist oder in der Beweissuchung und im rationalen Verstehen bist. Ja, ganz interessant, weil warum hat mich das beschäftigt? Ich habe halt gemerkt, dass Stefan Friedrich war damals mal da und hat gesagt, ich bin eigentlich introvertiert, aber ich stehe immer auf Bühnen. Und er sagte, seine Definition von introvertiert sein heißt, wo lade ich Energie auf? Und der Extrovertierte, mehr oder weniger Definition, der braucht andere Leute, damit der entspannen und aufladen kann. Der Introvertierte aber nicht. Der sagt, der geht von der Bühne, da gucken tausend Leute und geht in sein Wohnmobil und schläft oder chillt sozusagen. Und da gibt es aber andere, die von der Bühne gehen und sagen, ich bade in der Menge, endlich ihr Leute, seid ihr da? Und ich dachte immer, ich sei extrovertiert. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie vielleicht bin ich dann doch auch so. Wobei ich glaube schon, dass du die Menschen brauchst. Also du willst ihnen ja helfen, du bist Baum, du magst es auf dem Marktplatz zu stehen und dass andere Menschen da sind. Du hast Anführungskraft oder also Anführungsenergien und Qualitäten. Also da ist viel Menschenorientierung da. Aber ich glaube, nur Menschen ist dem Baum, der dann vielleicht auch mal Rinde und mal seine Ruhe haben will, Abenteuergeist, Freiheitsliebe. In dem Moment, wo Menschen dich einengen, könnte es blöd werden. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dich wohlfühlen würdest, ein Jahr lang in Norwegen an einem See zu sitzen und auf dem See zu gucken. Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Ich wollte früher immer mal, da habe ich in Berlin gewohnt, habe ich gesagt, ich will in den Wald. Ich will im Wald wohnen. Aber das war, glaube ich, dem Berlin, ist einfach zu overload geschuldet. Und wenn ich dann im Wald mal saß, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich wieder in die Stadt. Also bin so hin und her. Deswegen, ich glaube, du brauchst beides. Und ja. Ich finde das übrigens sehr akkurat. Ich habe versucht zu schweigen, Pokerfels zu machen zu deiner Analyse. Ich fand das sehr treffend. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde von mir selbst nicht sagen, ich will Leuten helfen. Aber wenn du sagst, dir ist es wichtig, nicht in Schuld zu stehen, das ist mir mega wichtig. Also wenn, keine Ahnung, wir uns jetzt regelmäßig essen gehen würden, einmal zahlst du, einmal zahle ich. Und ich habe beim letzten Mal gezahlt, ich habe beim letzten Mal gezahlt, wäre fein für mich. Oder wenn wir die Rechnung teilen, ist mir einfach ultra wichtig, dass ich nicht auf Kosten anderer, ich habe das Steak bestellt und du die Spaghetti, dieses Steak kostet doppelt so viel. Ich gebe dreimal das Geld rein, um sicherzustellen, nicht nur, dass ich weiß, dass ich meinen Dings bezahlt habe, sondern auch, dass du das auch weißt und das glaubst und verstehst und nicht das Gefühl, also dieses verbrannte Erde hinterlassen, so ist für mich total schwer. Guck mal, Glaubensbekenntnis des Gebenden, das ist ein Geben auf eine andere Art, also es muss ja nicht immer hier die, ich lege die Hand auf Heilung sein, aber ja, es ist ein Geben und nicht in Schuld stehen wollen. Genau, dieses nicht in Schuld stehen wollen, das ist sehr dominant bei mir. Ja, spannend. Was, ist hier noch was, bevor wir hier den Part Benjamin abschließen, wo du, du hast gesagt, du redest immer nur positiv, aber wir wissen jetzt auch alle, es gibt zwei Seiten jeder Medaille, so was ist die Gefahr für meinen Persönlichkeitstypus, wenn ich zu viel von X oder Y bin? Also wenn, Also wir hatten es ja gerade vom Baum, ne? Genau, ich, der Baum, der generische Baum. Also wir hatten es ja auch von den, also ich finde tatsächlich bei dem Baum und ich kenne das an mir selbst, weil ich selbst ein Baumgesicht bin, also ich mische das noch ein bisschen mit einem Feuergesicht, aber dieses, so ein krasser Rückzug, dass man selbst nicht mehr weiß, wie es einem eigentlich geht, das ist etwas, was ich dir auch zutraue, dass dir das passieren kann. Du hast die geile Brücke, dass du wirklich gut über deine Gefühle reden kannst, das sieht man an deiner Oberlippe, du hast eine sehr volle Oberlippe und die Oberlippe steht für Wunschvorstellungen und für emotionale Kommunikation und das sagt mir, du kannst über deine Gefühle reden, aber ich wünsche dir total, dass du immer Eichhörnchen hast, die dich daran erinnern, darüber reden zu dürfen, wenn du es selbst vergisst, weil du hältst es nicht für nötig. Es ist möglich bei dir, aber es ist wahrscheinlich nicht nötig, über deine eigenen Gefühle zu reden. Ich rede nicht über die Gefühle von anderen Menschen, sondern über die eigenen Gefühle. Ja und nein, also ich glaube, das mache ich relativ viel mittlerweile, aber habe das sehr lange nicht getan. Und also die Gefahr, die du für mich siehst, die habe ich erlebt. Liegt eher in der Vergangenheit. Liegt eher in der Vergangenheit. Und das Eichhörnchen, das verstehe ich auch, dass das wichtig ist. Was ich erlebt habe, ist tatsächlich, ich habe vor ein paar Jahren ganz anders gelebt, dann so einen sehr intensiven Transformationsprozess und Leute, alte Freunde, die mich danach wieder getroffen haben, haben, ich habe dann trainiert und gekämpft, da hast du dich gesehen, haben gesagt, deine Gesicht, du siehst anders aus, dein Gesicht sieht anders aus, nicht du hast andere Klamotten an, sondern du siehst, ich erkenne dich kaum in deinem Gesicht wieder. Diese Worte haben die gewählt. Ich dachte, was die Anne sagt, könnte ja auch vielleicht, könnte was dran sein. Ja. Was mir tatsächlich noch auffällt, und das finde ich sehr spannend, auch auf deinen Persönlichkeitstypen hin, du hast, glaube ich, ein Muttermal auf der linken Seite. Gute Frage, linker Seite ist hier. Genau da, genau da, wo du den Finger hast. Oder ist das ein Stich? Nee, wenn dann Muttermal. Ist schon immer da. Also es ist kein Pickel, kein, also nächstes Mal habe ich es immer noch. Also ich glaube, ich würde das als Muttermal lesen, auch das müsste ich mir genauer angucken, aber das ist, du bist der Anführer, also dieses Muttermal, chinesisches Gesicht lesen, ist für die rationalen Menschen nicht zu erklären. Muttermal lesen, Frage bitte nicht. Okay. Ich habe dreieinhalbtausend Gesichter gelesen und vertraue da inzwischen drauf, ich kann das nicht erklären. die Chinesen haben 142 Stellen im Gesicht, wo ein Muttermal sein kann und was eine bestimmte Bedeutung hat. Und ja, das ist ein bisschen abgefahren und du hast an der Stelle das Muttermal, wo es heißt, du bist Anführer des Herzens. Also du hast, du sollst Anführer sein, du hast eine gewisse Dominanz in dir und die hast du, das sehe ich an deinen Augenbrauen, du hast eine bestimmte Stärke in dir, du hast alles Zeug, auch die körperliche Statur, um dich mit Durchsetzungskraft und Macht nach vorne zu bewegen. Du bist aber in deiner Seele angekommen, wenn du es mit Gefühl machst. Also du sollst mit Charisma führen und dafür hast du ganz viel Charisma in die Wiege gelegt bekommen und dafür hast du diese schöne Kommunikation bekommen. Aber es könnte sein, dass du immer mal wieder in diese Macht gehst. Also in, keine Ahnung, in eine wütende, ärgerliche, natürlich reißen wir jetzt das Haus aus, ab und machen alles neu. Das ist sehr rational und sehr nach vorne, aber eigentlich, wenn man den chinesischen Gesichtlesern glauben darf, sollst du der Anführer sein, aber mit der Stimme deines Herzens. Und das ist etwas, was ich eher intuitiv als im Moment analytisch spüre, dass das etwas ist, was immer wieder ausgeglichen werden darf und ausbalanciert werden darf. Dieses, ich darf weich sein. Und es ist witzig, dass wir vorhin so lange über das Jade-Gesicht gesprochen haben als Mann und ohne die Weichheit zu verlieren, dennoch Anführer sein. Und ich glaube, dass das ein großes Thema bei dir sein könnte. Ja, auf jeden Fall gewesen ist und immer noch auf der Reise zu. Aber ich war früher nur weich und konnte dementsprechend, bin ich viel rumgeschubst worden, emotional und physisch. Und dann bin ich, vor ein paar Jahren habe angefangen, mit Kämpfen und so, und habe das möglicherweise überkompensiert, die Jahre davor. Ja, guck mal. Und bin jetzt auf dem Weg so aus der, hau ich dem in die Fresse auf, nein, dem hau ich nicht in die Fresse. Ey, guck mal. Sondern bin halt auf dem Weg, entspannter zu werden. Bin aber, wenn man sagt, man hat eine Tendenz Richtung Wut oder Richtung Angst, eher Richtung Angst. Ehrlich? Also, dass ich mal wütend bin, das ist super selten. Ach krass. Da gab es zwei, drei, ich war eher viel zu wenig wütend in meiner Historie. Hast du dir die Emotionen abgewöhnt oder spürst du sie wirklich nicht? Ich habe die damals wirklich nicht gespürt. Ach krass. Oder sehr kurz. Und dann war mein Bedürfnis nach Nähe und Bindung sehr so hoch, dass ich die Wut nicht mehr, also ich hatte mal eine Freundin, die mich 20 Mal betrogen hat. So, ich habe irgendwie 20 Mal gesagt, ja, dann versuchen wir es doch mal. Das ist total bescheuert. Ein bisschen. Das ist total bescheuert. Ja, aber, aber. 20 Mal hast du dich bedrückt? Ja, ja, total verrückt. Entweder on off, on off, on off und jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht 20, vielleicht 10. Also ich habe mich häufiger betrogen, aber es war, glaube ich, 10 Mal on off, vielleicht 5 Mal on off. Auf jeden Fall ungefähr viel, viel zu viel. So. Und ich habe mich immer gefragt, die Leute haben alle immer, also der gängige Rat war, folg doch deinem Herzen und folg deinem Gefühl. So, aber wenn ich dann gesagt hätte, du blöde Schlampe, so habe ich das, ich so überhaupt nicht gesagt. Das habe ich so nie gesagt und auch nicht geschrien oder so, sondern war eher so, bin ich jetzt traurig. so, aber ich hatte die Dominante, das dominante Gefühl war, Angst davor alleine zu sein und habe dann eher gesagt, nee, bleibt noch hier, wir probieren das nochmal, das wird bestimmt jetzt alles gut und wir müssen nur, keine Ahnung, diese 5 Rituale jetzt machen und dann wird alles gut und für mich rational, so beim, keine Ahnung, fünften Mal Rebound, habe ich schon verstanden, dass das nicht gut war, dass es keine kluge Beziehung war und dass das rational wenig Chancen, bis keine Chancen auf Erfolg hatte, aber folge deinem Herzen, ja, ich will nicht, es war nicht, ich will, ich habe nicht verstanden, ich will nicht alleine sein, sondern ich habe verstanden, ich will mit der sein. So, und dann habe ich gedacht, jetzt können wir, jetzt ist Harmonie wieder da und in dem Moment, wo Harmonie wieder, wo die mich wieder lieb hatte und ich die lieb hatte, so, war nicht, war ich nicht wütend, sondern war, okay, jetzt ist, jetzt war ein Moment der Harmonie. 21, 22, Harmonie wieder vorbei, wieder, um Gottes Willen, werde ich alleine sein. Aber weißt du, auf was das zurückzuführen ist? Noch nicht, aber gleich. Das Glaubensbekenntnis, das geben dann. Guck mal, du hast es nie aufgerechnet. Und du hattest vielleicht Angst, also weißt du, irgendwie, um, ist ja egal, Frau oder Mann, zu sagen, weißt du was, das reicht jetzt, du hast mich jetzt 15 Mal betrogen und das wirst du jetzt kein 16. Mal machen und übrigens gab das ja auch schon nach dem dritten Mal eigentlich, hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Und mit diesem, und ich, Herz hin oder her, ich habe das nicht verdient. Und dieses wirkliche Gefühl, ich stehe für mich auf, das kommt aus einer Selbstliebe raus. Und ich weiß nicht, inwiefern du dich zu diesem Zeitpunkt liebenswert gefühlt hast. Offensichtlich und rückblickend überhaupt nicht. Weil nämlich, und ich glaube, das war die Erklärung, war, ich bin eigentlich doof oder unattraktiv oder so auch immer. Wenn ich aber mit dieser Frau zusammen bin, dann ist das quasi ein Signal für mich, mich liebt jemand, ich habe hier den, so, und das war quasi dann eine sozusagen verschmolzene Identität und dann war ich auf einmal da. Und in dem Moment, wo die weg war oder drohte weg zu sein oder ich gesagt habe, okay, jetzt hast du mich schon wieder betrogen, das geht aber mal gar nicht. Ja, aber irgendwie geht auch nicht, dass du gehst. War so, okay, wenn ich jetzt allein, ich habe das so, ich kann nicht alleine sein, darauf zurückgeführt, aber am Ende des Tages war es vermutlich die fehlende Selbstliebe, die gesagt, ich hatte nie das, das kannst du mit mir nicht machen, nie mit mir. Das kannst du nicht machen. Sowas macht man nicht. So, das ist nicht richtig, aber nicht mit mir. Und das war dieses Eigenspüren, ich habe das halt einfach nicht gespürt. Ich war in dem Moment, wo ich Harmonie gespürt habe, happy, happy. So, dann ist alles gut, dann war Harmonie wieder weg. Jetzt müsste man deine Ohren mal sehen, die sehe ich jetzt halt leider nicht. Darf ich die einmal, ich zeige dir meine Ohren nicht. das ist aber mit der Harmonie ein bisschen besser geworden, oder? Du bist nicht mehr so harmoniesüchtig. Woran machst du das fest? Weil du ein bisschen abstehende Ohren hast. Die hatte ich tatsächlich immer. Hast du immer? Die hatte ich immer, würde ich jetzt mal sagen. Du sagst, die haben sich bestimmt verändert. Weiß ich nicht. Aber mit der Harmonie ist viel besser geworden. Viel besser. Also ich habe ein sehr, sehr starkes Gefühl dafür, wer ich bin, was ich akzeptiere und was ich nicht akzeptiere und was passiert, wenn jemand diese Grenzen überschreitet. Das ist sehr, sehr klar. Aber vorher gab es quasi überhaupt keine Grenzen und wenn es keine Grenzen gibt, also wenn ein Land keine Grenzen hat, existiert das Land nicht. So, das ist halt irgendwie, das Schwimmen so rum. Und das ist gelöst mittlerweile. Was heißt gelöst? Aber ich bin halt in diesem, okay, ich war zu weich sehr, sehr lange in meinem Leben und hatte zu wenig. Okay, ich bin ein kleiner weicher Typ. Das ist aber alles doof. So, dann über externe Möglichkeiten das kompensiert, wie zum Beispiel Freundin oder irgendwie Business und das ist jetzt hier geil und hier habe ich was Tolles gemacht. Also bin ich ja doch was wert und wenn das dann wieder weg war, dann muss das wieder kompensiert werden. Jetzt glaube ich, ich bin groß und stark und relativ clever. Ja, da ist der Haken dran. Es gibt wenig Leute, die tatsächlich stärker sind als ich. Also physisch stärker. Wahrscheinlich aber auch mental. Es gibt einfach wenig. Das eine hat ja auch was mit dem anderen zu tun. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich der Welt sagen muss, guck mal hier, wie stark ich bin und guck mal hier, wie ich bin jetzt. Das bin der dann. Und ich sehe mich total in diesem, okay, spür mal mehr. Das ist das, also das ist meine aktuelle Aufgabe und das ist der schwierige Weg. Spannend. Ich habe ja gerade überlegt, es wäre cool, mal Bilder von dir von damals zu sehen. Also auch wenn deine Freunde so sagen, dass du dich so krass verändert hast, tatsächlich ein Foto gibt es, glaube ich, auf deiner Webseite. Und da hast du, meine ich mich richtig zu erinnern, in eine sehr fleischige Gesichtsstruktur, ne? Das, fleischig oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also ich war auf jeden Fall dicker. Ja, ja, und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du jetzt eine knöcherne Gesichtsstruktur hast. Das ist nicht so. Also du bist jetzt nicht knöchern, aber du zeigst schon an bestimmten Stellen. Da wird mir gerade noch eine andere Gesichtsform. Egal. Neh, nicht egal, wenn du sagst, die ganze Zeit haben wir über Bäume geredet. Also wenn, dann ist das schon sehr nah beieinander. Okay. Es könnte sein, dass es eine Unterform gibt, aber also wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich hast du noch einen Hirsch in dir, aber das hilft dir jetzt halt auch nicht. Ja, aber dann musst du jetzt fairerweise erklären, was ein Hirsch ist. Was ist ein Hirsch? Was verbindest du mit dem, ich weiß nicht, ob ich das fragen sollte. Frag es. Was verbindest du denn mit dem Hirsch? Also was für eine Energie hat ein Hirsch für dich? Ein Geweih, und also wenn ich jetzt einen Hirsch sehe, dann sehe ich das Geweih und die zwei Geweih, die sich ineinander verkeilen. Das würde ich jetzt. Okay. Also der Hirsch an sich, im Gesicht lesen, zeichnet sich aus und er hat eben auch diese längliche Form. Er hat helle Augen, die hast du, und er hat diese Knochenkante hier oben, also das sind die Grenzlinien des Lebens, die sehr ausgeprägt sind und das ist bei dir sehr ausgeprägt und der Hirsch und der Wald sind halt auch nicht so weit auseinander, deswegen, es gibt Bäume, die sich zu Hirschen weiterentwickeln und der Hirsch, und da denke ich gerade nochmal an deine Frage, wie würde ich mich in Norwegen fühlen, der Hirsch hat was sehr Erhabenes, der steht gerne auf seiner Lichtung und ist auch gerne alleine und er ist, tatsächlich, es gibt nicht so viele Hirsche, deswegen habe ich es auch nicht so auswendig im Kopf, aber es sind einfach Menschen, Menschen, die einen sehr großen Stil haben und so eine, wenn man so einen Hirsch sieht, da ist immer was sehr Elegantes da drin und die mögen einfach keine Lautstärke. Das sind Menschen, die sich gerne zurückziehen, aber wenn sie dann mal röhren, dann röhren sie auch richtig, also das gehört dann schon auch dazu, sind aber auch, also ich weiß nicht, wenn, wenn ein Hirsch, der kann auch gut asketisch leben, also der kann gut mit wenig glücklich sein, also der braucht nicht das Fünf-Sterne-Hotel, sondern freut sich in Norwegen am See zu sein und die Natur zu genießen, also ein Hirsch ist auch sehr der Natur zugewandt und findet dort seinen Heiler, sozusagen. Ja, interessant, das trifft, würde ich sagen, ungefähr alles uneingeschränkt zu, ich würde immer das Airbnb in Schweden an einem See nehmen, anstelle ins Fünf-Sterne-Hotel zu gehen, ich habe an mir selbst festgestellt, deswegen auch diese Introvertiert versus Ex-Kotrovertiert, dass ich früher gerne auf Partys gegangen bin, da bin ich rumgegangen, ich sage, wer bist du, ich bin der Benjamin, was machst du, da, 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 so. Und jetzt immer, wenn ich so auf Partys oder Veranstaltungen war, wo so viele Leute sind, weil du sagst, Lautstärke, das fand ich immer irgendwie scheiße, obwohl das in meiner rationalen Wertung coole Veranstaltungen waren, waren coole Leute da, gute Stimmung und irgendwie was Aufregendes, aber irgendwie war das komisch, das war, und ich dachte, ich hätte mich doch hier vor kurzem noch, das war eine, war so eine Kampfveranstaltung und da war ich da und da hatte ich, da hatte ich schon einen Podcast und da kam so, Benjamin, dein Podcast ist so mega geil und ich dachte, wie cool hätte ich mich damals gefühlt, auf eine Kampfveranstaltung zu kommen, erkannt zu werden, er feiert als Podcaster und als ehemaliger Kämpfer und fand ich aber überhaupt nicht, ich dachte so, okay. Ist das nach Corona gewesen? Das ist nach Corona gewesen, ja. Guck mal und das ist das Spannende und das beobachte ich bei vielen, dass nach dieser Corona, egal was Corona war und was wir davon halten oder nicht halten, ist fest egal, aber Corona hat uns einmal genullt und wir sind in die Stille gegangen. Also es gab nun mal keine lauten Partys. Das war für mich ein bisschen anders tatsächlich. Okay. Okay. Also ich verstehe die Corona-These, ich verstehe die Corona-These, weil wir alle in die Stille mussten. Oder weil wir uns nullen konnten. Also die Stille weiß ich nicht, aber dieses, was du auch sagst, ich hätte mich eigentlich wohlgefühlt, weil du dich immer wohlgefühlt hast oder weil du es gewohnt warst, dass es so ist. Ich kenne eine Menge Menschen, die irgendwie nach Corona nicht mehr die Menschenmenge suchen, entschließe ich es selbst auch. Ja, möglich. Ich habe Corona, Corona war halt so ein Nebendarsteller in meinem Leben. Es war nicht so, ich hatte das normal. Ja, aber ich bin halt da in der, oder quasi, ich bin aus Südafrika zurückgewandert nach Deutschland. Also nicht gewandert, wie ich bin zu Fuß gegangen, sondern ich bin halt zurückgezogen nach Deutschland. Das war alles irgendwie Hals über Kopf. Dann habe ich da gewohnt, dann habe ich hier gewohnt und dann waren auch irgendwie Scheidungen, alles Mögliche, dass da jetzt Corona dabei war. Alles andere Probleme. Ja, ja, genau, dass da jetzt Corona dabei war oder nicht, das ist mir egal. Und ich habe versucht, so wenig Stille, weil es halt mir sehr schlecht ging, so wenig Stille wie möglich, sondern die, okay, das sind die Ausgangsbeschränkungen, ich mache das, 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 das und habe mir den Terminplan vollgelegt, so wie ich das irgendwie konnte. Okay, wenn das Gym zu ist, dann mache ich halt Personal Training. So war das. Und ich bin tatsächlich erst nach Corona dann zur Ruhe gekommen, hatte eigentlich gedacht, ich freue mich auf die Party, es wird mega geil. Und dann bin ich da hingegangen und habe so gedacht, okay, das ist jetzt ganz schön laut, das sind ganz schön viele Menschen, da sprechen wir nur irgendwie drei Worte und wie geht es dir, das ist mir eigentlich egal. so, ja, so war, aber interessant, dann bin ich also ein Baum, Baumhirsch, Hirschbaum. Und das ist, das ist ein schönes Beispiel, weißt du, so, umso länger ich dich sehe und in dein Gesicht so eintauche, desto mehr sieht man und ja, der Hirsch und den Baum durchaus verwandt, ne, also in jedem Hirsch steckt ein Baum, aber es geht halt tiefer und umso länger man sich mit einem Gesicht beschäftigt und sich da drauf einlässt und eben den Menschen auch spürt, wird das Bild immer genauer und ob das jetzt die zwei Stunden sind, die ich mich vorbereite am Computer oder ob das das Gespräch ist, viel mehr von dir sackt, sickert in mich rein, weil ich einfach Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen, es geht halt nicht so und das ist das Schöne und dafür kämpfe ich auch immer, es geht nicht, es ist kein Schalter. Also, ich fände das auch so schrecklich, wenn alle, es gibt eine Menge Menschen, die sagen, ich möchte mit dir gar nichts mehr zu tun haben, weil du siehst ja sofort immer alles. Würde ich so sagen, nein, ich sehe nicht sofort alles und das wäre auch, wie schade wäre das, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Menschen sofort zu entschlüsseln. Wäre das nicht, sehen wir uns nicht alle danach, verstanden zu werden und wenn ich bei dir durch die Tür gehe und von dir verstanden bin, ohne dass ich was sage, wie cool ist das denn? Ja, aber Moment, wenn ich dich wirklich verstehe und das ist ja genau der Unterschied, ich kann dich analysieren und kann sagen, so, große Nase, tiefliegende Augenbrauen, bla bla bla, hier hast du. Dann kannst du dich, wenn du Glück hast, gesehen fühlen, aber um dich zu verstehen, muss ich doch mein Herz anschalten. und das um wirklich, also verstehen im Sinne von, ich fühle dich und ich fühle aus welchen Gründen vielleicht Dinge bei dir so sind, wie sie sind und ich kann mir auch erklären, wie es vielleicht einen Ausweg daraus gibt. Das kann nicht innerhalb von Sekunden funktionieren, weil mein Herz, also das hört sich so sehr spirituell und emotional an, aber ich sage immer, wenn ich ein Gesicht lese, habe ich ein sehr verwundbares Kind anvertraut bekommen und ich sage auch nicht zu einem kleinen schreienden Kind, hier hast du das Essen, tschüss, sondern ich nehme mir die Zeit und gucke, was braucht der Mensch und umso mehr Zeit man sich nimmt, umso mehr Liebe damit man reinbringt, desto tiefer verstehe ich dich und desto mehr fühlst du dich gesehen. Und nicht nur analysiert. Und das ist vielleicht der Unterschied von unserem Anfang, so dieses, ja und siehst du dann einen Narzissm. Vielleicht gibt es Menschen, die es sehen. Und weiter? Lustigerweise sehen ja Menschen, die mit Narzissten zusammenwohnen, den Narzissten, auf gar keinen Fall. Die brauchen ja, die Augenbrauen nicht, weil der schreit halt 15 Mal am Tag und hat mich im Schrank eingesperrt. Und dann fragen sie sich, was an ihnen falsch ist. Also sollten sie sich fragen, glaube ich, weil wenn du mit einem Narzissten zusammenwohnst, das geht zu weit. Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, es gibt 18 Lebensaufgaben und am Ende von so einer Analyse steht, das ist deine Lebensaufgabe. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Will ich, du sagst so, ja, ja. Was heißt, ja, also ja verstehe ich, verstehe ich nicht. Ja heißt, ich wiederhole mich, ich mag es nicht, Menschen zu kategorisieren und ich mag es nicht, Menschen in Schubladen zu stecken. Und bevor ich sage, das ist deine Lebensaufgabe und so ist es und fertig, sage ich lieber, ja, um dir auch die Möglichkeit zu geben, das fühlt sich im Moment noch nicht so an. Also, weißt du, ich, ich lese Menschen, um Menschen groß zu machen. Ich lese nicht, ich mache kein Gesicht lesen, um mein Ego groß zu machen. Und ich glaube, wenn ich das anfange und die Gefahr gibt es ja, ne, aufgrund meiner Augenbrauen, dann höre ich auf, Gesichter zu lesen. Und Gesicht lesen ist für mich und so ist es mit den Lebensaufgaben auch, immer ein Handreichen zu der schönsten Version deiner selbst, zu dem Ursprung deines Seins, zu der Schönheit deiner Seele. Und wenn das Konzept der Lebensaufgaben dir dabei hilft, zu der schönsten Version deiner selbst zu werden, dann sage ich ja. Wenn ich das Gefühl habe, dass das noch nicht dran ist, dann sage ich, vielleicht. Weil ich dich groß machen will, nicht mich. Ja. Aber es würde ja zumindest, also von diesen 18 Lebensaufgaben, mir scheint es mehr Aufgaben zu geben im Leben als 18. Das sind ja Kategorien. Ja. Müssen ja Kategorien sein. So, was sind das für Kategorien? Und dann gerne nochmal, wenn du eine Idee hast, ich bin ja etwas narzisstisch, in lustiger Weise. Du willst jetzt nicht, dass ich deine Lebensaufgabe lese. Wenn du das, wenn du, kann ja sein, dass man auf der Stil... Das wäre Scharlatanerie. Ja, okay. Dann nicht. Aber lustigerweise hat mir mal jemand gesagt, hey, ein Psychologe, wenn du eine Persönlichkeitsstörung hättest, du hast keine Benjamin, sorge dich nicht, dann tendierst du Richtung Narzissmus. Würdest du das unterschreiben oder nicht? Weil ich bin eigentlich eher gelb als Typ, würde ich denken. Ich habe eine rote Komponente, ja. Aber ich bin eher, vielleicht bin ich heute auch nicht mehr gelb. Ich war früher mal, vor zehn Jahren habe ich ein Test gemacht, war dominant gelb. Ich glaube, jetzt bin ich viel roter, als ich früher war. Die Frage, ob sich das überhaupt verändert, das macht natürlich das nächste Thema auf. Also, die DISC-Forschung an sich sagt ja, dass sich das nur noch verändert durch eine Nahtoderfahrung oder durch den Tod eines Kindes, dass sich dein Persönlichkeitstyp grundsätzlich nochmal verändert. Ich sage ja immer, ich finde ja, die Persönlichkeitstypen sind hervorragend am Gesellschaftsspiele spielen, also genau genommen am UNO-Spielen zu erkennen. Okay. Also, weißt du, ich glaube, dass wir uns anpassen können und dass wir reflektierter und bewusster mit uns umgehen können. Ich glaube, das alles verändert sich, können wir verändern, haben wir einen Einfluss drauf. Aber wie ist es denn beim UNO-Spielen? Willst du immer gewinnen oder nicht? Oder geht es eigentlich darum, dass das alles total schön ist, weil wir ja alle zusammen sind? Oder weißt du nie, wer dran ist, weil du dich irgendwie verzettelt hast? Oder bist du derjenige, der das hier macht? Also, der die Karten zusammen schön offnet. Interessant. Und ganz ehrlich, das ändert sich doch nie. Also, klar, wenn du dann mit dem Kind spielst, dann nimmst du dich zurück und sagst jetzt mal, das ist ein Kind am Start. Ja, so. Aber ich will immer beim UNO-Spielen gewinnen und ich gewinne immer. Hö, hö, ich höre all die, die sagen, klar, alle. Und ich breche die Regeln nie. Ich bin total regelkonform. Das mache ich wirklich nicht. Das mache ich wirklich nicht. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, dass du immer gewinnen willst. Ja, aber ich mache das schon ehrlich. Du machst das ehrlich, aber UNO ist ja auch ein starkes Glücksspiel, ne? Nee, ist total nur können. Ist nur können, ja. Und deswegen gewinnst du auch immer. Ja, right, ist genauso wie Lotte. Du musst halt nur, wie wir dich gegen Zeit wissen. Aber du merkst schon, also das ist, diese Sprache zeigt ja ganz eindeutig, was das für ein Persönlichkeitstyp ist. Und das ändert sich nicht. Wenn ich mit meinen Freunden spiele vor 20 Jahren, dann will ich genauso gewinnen, wie ich es noch in 20 Jahren tun will. Hoffentlich, weil ich möchte keine, gut, Kinder kann ich nicht verlieren, aber ich möchte keine Nahtoderfahrung haben. Es gibt ja nun Mittel und Wege, auch Nahtoderfahrung zu haben, ohne krank zu sein. Du kannst ja aus dem Flugzeug springen zum Beispiel, du kannst ja irgendwie in den Dschulden fahren und so Psychedelika gedönst machen. Die Leute sprechen ja lustigerweise von Nahtod- oder Todeserfahrung. Ah, krass. Die die durchlebt haben und dann wiederum macht er, passt das ja in die Discforschung, wenn die sagen, ich bin gerade gestorben und jetzt bin ich anders. Und dann fragt sich, spannend, wenn du dich bewusst in eine Nahtod-FH-Über-Psychopharm, was auch immer, da reinbegibst, ob sich dein Persönlichkeitstyp verändert oder ob es diese Schocksituation braucht. Also diese nicht selbstgewählte Situation, Schocksituation gibt es ja trotzdem, aber auch heute Morgen ein Podcast über Beziehungen und gestern halt über Psychedelika mit so einem Psychedelika von Set & Setting von Jascha Renner. Von daher ist das, das sind die Themen, die so, im Prinzip müsste ich euch mal zu dritt an einen Tisch holen. Ja, so. Und die Wahrheit ist das, was überlappt. So, weil du kommst mit deinen Thesen, da stimmt bestimmt ganz viel von, aber vermutlich nicht alles, weil sonst wärst du Gott. Sicherlich nicht. Und dann wäre das ja quasi fast intellektuell krautgesourced. Geil. Aber das findet natürlich in mir alles statt, weil die haben alle auf diesem Stuhl gesessen und ich hab auf diesem Stuhl gesessen, nur das ist eine sequentielle Diskussion. So, erst die eine und dann nehme ich, okay. Wie schade. Also das wäre eine gute Idee. Ja, hast du recht. Können wir mal hier die Kölner Runde einen Podcast machen. Ja, so, ich komm noch mal aus Dresden. Kein Problem. Ja, träum ich dich. Ja, träum ich dich. Dann lass uns noch mal in die, bevor du noch mal aus Dresden kommen musst, in diese, nicht Berufung, sondern, wie hast du es genannt? Lebensaufgaben. So, da gibt es was für Kategorien? Also es gibt, also ich sag mal, in meinem System gibt es nicht die Lebensaufgabe, die da heißt Lach mal oder du musst Ingenieur werden. Also das sind vielleicht auch Aufgaben, die wir irgendwie auch lernen, Aufgaben, die wir irgendwie mal leben, aber die wir nicht als Lebensaufgabe bezeichnen. denn die Lebensaufgaben sind eigentlich eine Verbindung aus den Energien, die in dir drin sind. Also bist du extrovertiert oder introvertiert? Bist du ein rational denkender Mensch oder ein emotional denkender Mensch? Bist du eher den Menschen zugeordnet? Bist du der Heilung zugeordnet? All diesen Dingen. Und wenn man daraus Bilder macht, dann gibt es im Grunde genommen 18, ich nenne es jetzt mal Archetypen. Ich finde es mit den Archetypen ein bisschen schwierig, weil die von C.G. Jung so irgendwie konnotiert sind. Deswegen, aber es sind 18 Typen und jetzt zum Beispiel, wenn wir eine der Typen ist der Herrscher. Der Herrscher ist derjenige, der sehr rational ist, der Führungsverantwortung hat, der ein Reich haben sollte, der sich auch dieses Reich bauen sollte, der, natürlich gibt es auch Schattenseiten, jede Lebensaufgabe hat seine Schattenseite. Wenn dieser recht dominante Mensch, der sehr rational ist, jetzt aber zum Beispiel eine ganz ausgeprägte Freiheitsliebe hat, dann ist es vielleicht keine gute Idee, dass er Herrscher ist, weil ein Herrscher hat sein Volk und wer sein Volk hat, kann nicht frei sein. Also guckst du dann, okay, was sind denn die dominanten Menschen, die sehr rational sind, die aber eine Freiheitsliebe haben und dann entspricht das einem anderen Typen und daraus wird dann vielleicht der James Bond. Der James Bond, Ist das eine echte Lebensaufgabe? Also nicht James Bond, aber ich, diese eine Lebensaufgabe, das ist so mein, mein inneres, kleine Comicfigur ist da James Bond, der kommt, die Welt rettet und dann auch wieder geht und sich mit schönen Frauen beschäftigt. Aber da geht es um Freiheit. Er hat Freiheit und er will aber nur auftreten, wenn er die Welt retten kann. Also der steht nicht auf, weil ein kleines Feuerchen links ist. Es muss schon, die Welt muss brennen. So, und wenn ich jetzt als James Bond in einem Leben eines Herrschers lebe, dann kann ich ja nicht glücklich sein. Weil ich bin fest bei meinem Volk, ich möchte mein Geld und mir geht all die Freiheit und all die schönen Frauen, also ich mache es jetzt wieder sehr plakativ gehen mir weg. Wenn ich ein James Bond bin und als James Bond lebe und von meinen Eltern, meiner Partnerin, weiß ich nicht was, immer wieder gesagt bekomme, ey, du musst jetzt mal ansässig werden und du darfst jetzt nicht ganz erzählen, komm mal an, dann ist das vielleicht nicht deine Lebensaufgabe. Weil der James Bond kommt nicht an, der rettet die Welt. Und wenn du dann weißt, ey, ich bin ein James Bond, dann hast du vielleicht viel, viel mehr Verständnis für dich selbst und kannst auch Leitplanken in deinem Leben setzen und sagen, für mich ist ein Glücksfaktor Freiheit. Das ist nicht für jeden. Viele sagen, nein, ich brauche keine Freiheit. Also Freiheit, jeder will Freiheit, aber also so dieses James Bond Freiheit. Wenn du weißt, dass das nicht in dir liegt und nicht deine Lebensaufgabe ist und deine Lebensaufgabe eben nicht ist, pass auf dein Volk auf, sondern rette die Welt. Und beide sind wichtig übrigens. Das ist nicht, der ist toller und der ist weniger toll, sondern es muss den geben, der fürs Volk sorgt, der guckt, also für, ich rede jetzt so in Bildern, also es muss nicht jeder ein Volk haben, aber sein Schaffensbereich hat. Aber ein schönes Beispiel wäre vermutlich der Kleingärtner, der sagt, hier ist mein Rasen und ich entscheide, welche Blume da, der herrscht über ein sehr, sehr kleines Volk, aber der herrscht. Richtig, genau. Und so, wenn jetzt der James Bond gesagt bekommt, aber du musst jetzt dein Ameisenvolk beherrschen, dann kann der in seinem Leben nicht glücklich sein. Und dann liebt er vielleicht seine Frau so sehr und beherrscht das Ameisenvolk. Und dann kommt er zum Gesichtleser und sagt, ich bin unglücklich. Ich bin depressiv. Ich bin weiß ich nicht was. Und dann findest du auf Ich finde, weil ich Gesichtleserin bin, aufgrund der Formen deines Gesichtes, einen Grund dafür, warum du unglücklich bist. Und aus deinen ganzen Talenten setzt sich deine Lebensaufgabe zusammen. Und dann kriegst du die Lebensaufgabe gesagt und dann wird dir klar, ach krass, ich muss ja eigentlich nur dieses eine Zahnrädchen ändern. Vielleicht sollte ich das Ameisenvolk loslassen und sollte vielleicht lieber mit meiner Liebsten keine Ahnung, ein weltbefreiendes Leben führen, wie auch immer. Und dann bist du im Glück. Und es geht, ich habe dieses Aufsystem so entwickelt, dass es, mein Ziel ist es, wir sollten doch einfach alle so leben, dass wir in unseren Stärken leben. Und wir sind, wir haben gelernt, immer nur unsere Schwächen ein bisschen besser zu machen. Ganz ehrlich, daraus wird es nicht geil. Meine Schwäche bleibt meine Schwäche. Und wenn ich mich den ganzen Tag darauf konzentriere, dass meine Schwäche nicht ganz so schlimm ist, dann kann ich nicht leuchten. Was ist deine Lebensaufgabe? Ich habe sie auf dem Brücken tätowiert. Okay, wir hatten gerade, als wir hier zum Studio gelaufen sind, das Thema Tattoos und da habe ich gesagt, wir müssen das jetzt mal abbrechen, weil wir sind schon halb im Podcast. Lustigerweise haben wir da den Überblick geschaffen. Meine Lebensaufgabe nennt sich die Kraft und die Geschichte, es ist eigentlich eine Dreiteilung. Es gibt immer, es gibt einen Löwen, es gibt einen Menschen und es gibt ein Lamm. Und Löwe und Mensch sind eins und der Löwe steht für die Wut und der Mensch steht für die Eloquenz. Meine Lebensaufgabe ist, die Wut, die ich in mir trage, zu einer Kraft zu machen, die Dinge vorantreiben kann und dabei nie vergessen, dass es ein Lamm gibt. Der Löwe kann das Lamm beschützen und der Löwe kann das Lamm fressen. Und dieser Dreiklang zwischen Lamm, Löwe und Mensch energetisch betrachtet, der ist meine Lebensaufgabe. Dass der Mensch den Löwen reitet und dafür sorgt, dass der Löwe das Lamm nicht frisst. Und es geht übersetzt um die Akzeptanz der großen Wut und diese Wut zu nutzen, um sie kraftvoll der Welt zu schenken, ohne zu zerstören. Das heißt, du sagst, du hast sehr große Wut in dir. Ja. Was eine Form von Energie ist. Voll. Es gibt ja Menschen, die kraftvollste Energie. Okay, die kraftvollste Energie und die gilt es jetzt irgendwie zu kanalisieren und zu nutzen. Genau. Dass man eben den Löwen reitet und der Löwen nicht das Lamm frisst und das große Chaos ausbricht. Genau. Das heißt, du musst ja so zwei sehr ambivalente Kräfte in dir haben. Genau. Und das gilt es im wahrsten Sinne des Wortes zu balancieren. Genau. Ohne sich zu unterdrücken gegenseitig. Und auszutarieren. Genau. Wenn ich jetzt auf diesen Punkt mit der Angst, die wir vorhin hatten bei deiner Klientin, man könnte ja einfach die Angst auflösen, die Steuerberaterin, könnte man nicht einfach deine Wut auflösen. So, und genau darum geht es. Warum sollte ich das auflösen, was eigentlich das Stärkste in mir ist? Wut ist doch nichts Schlechtes. Das ist doch, das denken wir dann nur, dass es negative Energien sind. Aber so wie du sagst, ich bin an Kraft nicht zu überwältigen, sage ich, meine Wut. Und wenn wir jetzt aus dem Negativ-Positiven rausgehen, meine Wut kann diese Welt verändern. Warum sollte ich mir die weghypnotisieren lassen? Warum? Das ist die größte Kraft in mir. Und wenn ich es schaffe, mit dieser Wut nicht zu zerstören, was eine Wut gerne mal macht, wie wir alle, du weniger als ich, aber ja, ich habe in meinem Leben viel zerstört. Wenn ich es schaffe, diese Kraft nicht zum Zerstören, sondern zum Beschützen nutze, dann wäre ich doch wahnsinnig, wenn ich diese Wut mir weghypnotisieren lassen würde. Auf gar keinen Fall. Ich will die nicht weghaben. Es ist meine Aufgabe, meine Wut immer so zu tarieren, dass sie zu einem schützenden Aspekt wird und nicht zu einem zerstörenden. Und das Lamm ist immer da. Und ich kann immer für mich entscheiden. Was glaubst du, wäre da, wenn du dir die Wut, du willst sie nicht weghaben, aber wenn die weg wäre, dann fällst du ja nicht um und bist nichts mehr. Da muss ja noch was da sein. Es ist tatsächlich, es ist inzwischen, weil ich sie, also ich habe sie lange Zeit in meinem Leben sehr abgestoßen, habe Angst vor ihr gehabt. Also es ist tatsächlich für mich super schwierig, mir das vorzustellen, weil ich mich so sehr mit all dem auseinandergesetzt habe, dass ich sage, das ist ein Stück meiner Identität. Also und mir jetzt vorzustellen, was wäre, wenn es nicht mehr da ist, mit der Identifizierung, auch durch die Lebensaufgabe, das macht mich tatsächlich völlig lost. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich diese Wut nicht mehr hätte, das zurückkommt, das Lamm. Und ich wahrscheinlich, und immer wieder, Wut ist so ein schlechtes Wort. und es ist kein schlechtes Wort, in meinen Augen, es ist Kraft. Und ich glaube, wenn ich das weg hätte, würde ich, auch darüber muss ich länger nachdenken, aber ich hatte eine Kindheit, keine schöne Kindheit, war ein krasser Außenseiter Kind und ich wusste mir nicht zu helfen und ich war so ein bisschen das Lamm, was ich heute irgendwie auch beschütze. Ich glaube, ich würde sehr schnell wieder in das Lamm zurückfallen. Also in die Unsicherheit, in die Angst, in das Kleinmachen, in die fehlende Selbstliebe, fehlende Selbstakzeptanz. Ich glaube, dass wenn dieses Dreigespann zwischen Ratio, Kraft und Beschützungswürdiges, wenn dieser Dreiklang aufgelöst werden würde, würde das Außenseiter Kind entweder sehr krass emotional nach oben kommen. Interessant. Das heißt, du sagst, wenn Wut wird überwiegend als, ich bin ein sehr wütender Mensch, es ist besser, wenn du nicht wütend wärst, als negativ konnotiert. Du sagst aber, dass das deine Identität so stark ausmacht, dass du diese zwei Extreme quasi Wut hast oder unterwürfig sein, mehr oder weniger das Lamm, und ausgeliefert und ohnmächtig. Glaubst du, also jetzt hast du, auch durch das Tattoo, diese Identität der Wütenden ja nicht nur angenommen, sondern zu dir gemacht. Ich musste dich einmal, es ist nicht die Identität der Wütenden, es ist die Identität der Kraft. Und ich weiß, dass Kraft für mich, ich sag das auch nicht für jeden, aber für mich in meiner Persönlichkeitsstruktur ist die Wut der Motor der Kraft, solange ich die Wut kontrolliere oder wie, solange ich mit der Wut tanze, kann sie zur Kraft werden. Wenn ich mit der Wut kämpfe, dann wird sie zerstören. Interessanterweise sagen das viele Kämpfer, die aus dem Kampfgame ausscheiden, sagen ich, ich war früher total wütend, deswegen, also um den Kampf gegen mich selbst, ich habe immer gegen mich selbst gekämpft. Und das, sagen viele, geht dann über die Zeit weg und dann hören die auf beim Kämpfen, weil die Wut weg ist, weil die sich die quasi rausgekämpft haben und sind dann, deswegen gibt es viele sehr entspannte, alte, ehemalige Kämpfer. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, könnte das nicht bei dir auch so sein, weil, also das ist die eine Frage, die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, muss man nicht immer wütend sein auf? Kann man einfach wütend sein? Weil eigentlich ist man, würde ich jetzt sagen, wenn du auf nichts und niemanden wütend bist, bist, aber dann bist du einfach nur verärgert. und Wut richtet sich doch in eine Richtung. Du kannst grundsätzlich angstenkisch sein, aber einfach grundsätzlich wütend zu sein, fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Also letztendlich, wenn wir über Angst und Wut reden, dann ist das schon mal unfair, weil entweder müssen wir über Wut und Panik reden oder über Angst und Ärger. Stopp, langsam, der Falle kann doch nicht folgen. Über Wut und Angst, du sagst, wir nissen nicht Wut und Angst, sondern Wut und Panik? Genau, also ich rede über Emotionsfamilien und die Wut ist tatsächlich das Höchste aus der Emotionsfamilie des Ärgers. Okay, verärgert sein, weil dann richtig, weil ich bin ärgert, ärger, ärger, ärger. Richtig, genau. Und jetzt werde ich langsam wütend. Genau, genau. Und bei der Angst ist es die Panik. Dann werde ich irgendwann panisch. Genau, genau. Also letztendlich, wenn wir es vergleichen wollen, dann müssen wir über Wut und Panik reden oder über Ärger und Angst. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, ob sich Wut nicht auf ein Ziel richten muss. Also wenn wir uns anschauen, warum Angst, Ärger in unserem System entsteht, dann gibt es dafür zwei Gründe. Entweder, weil mir etwas im Weg steht, um mein Ziel zu erreichen, also Zielerreichung oder Zielvermeidung. Es bringt Ärger oder Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit. Also das sind die zwei Triggerpunkte, die Ärger oder Wut herstellen. Ungerechtigkeit oder, musst du nochmal sagen, sorry. Oder etwas, was mir im Weg steht, also was mich von meinem Ziel abhält. Ein Hindernis, eine Straßensperre. Ein Hindernis, genau. Also das ist das typische, ich stehe im Staun, werde wütend. Also ärgerlich. Ja, das ist ein schönes Bild, ja. Weil dir halt einfach was im Weg steht. Es steht im Weg. Ja, und da kannst du jetzt wütend sein, kannst du machen. Hilft dir nichts. Und ja, klar, es gibt wahrscheinlich immer einen Trigger, aber ich überlege gerade, ist das bei anderen Emotionen nicht auch so, dass du, wenn du Angst hast, dass du auch ein Objekt brauchst, um Angst zu haben und wenn das Objekt nur die Dunkelheit ist? Wenn du sagst, also ich glaube in ihrer, ich glaube, du kannst grundsätzlich ängstlich sein und brauchst nicht unbedingt, du vielleicht weißt, vermutlich muss, gibt es auch etwas, wovor du Angst hast, das weißt du dann vielleicht nicht. Dann bist du halt ängstlich und dann gibt es irgendwas, wovor du Angst hast. Das gibt es dann auch. Das macht das Energie. Es ist spannend, weil letztendlich kommen wir da ganz schnell wieder aufs Gesicht lesen raus, weil Angst ist ja eine Vermeidungsstrategie. Ist das so? Angst will vermeiden. Angst will dich retten und will dich in Sicherheit bringen. Das ist der Grund von Angst. Du meinst, Angst löst eine Vermeidungsstrategie aus? Ja, jetzt gibt es ja dieses Fliehen, Kämpfen, Erstarren. Aber die Angst an sich will dich vor etwas beschützen. Und deswegen ist es tendenziell eine defensive Emotion. Menschen und Ärger ist eine offensive Emotion. Also die will, also wenn wir es uns auf einem hier Fußballfeld vorstellen, dann ist der Ärger der Stürmer und die Angst in der Defensive. Und das siehst du im Gesicht, ob ein Mensch eher defensiv handelt und denkt und fühlt und auf die Welt guckt, eher defensiv oder ob er eher nach vorne treibend ist. Und Menschen, die eher nach vorne treibend sind und das ist das, wo ich vorhin gefragt habe, echt, du bist ein ängstlicher Mensch. Du hast mir das nicht geglaubt, dass ich weniger wütend bin, sondern eher zu Angst tendenziell als zu Wut. Genau, weil ich dich als sehr offensiven Menschen wahrnehme. Da geht es gar nicht um extrovertiert oder introvertiert, sondern ich glaube, dass du die Dinge annimmst oder angehst und dahinter steckt eher die Emotion Ärger. Weil Ärger kommt, wenn dir etwas im Weg steht, wenn du etwas vermeiden willst, dann kann ja auch nichts im Weg stehen. Im Weg stehen du dir, wenn du nach vorne gehst. Ja, jetzt kenne ich sehr viele Unternehmer und die würde man gemeinhin als Macher bezeichnen und das sind die, wo man sagt, die gehen vorne weg, die gründen Unternehmen, die sind Geschäftsführer. Die erlebe ich im privaten Kontext häufig als sehr ängstlich und weniger als wütend. Von daher frage ich mich, ob das, ist das wirklich so, dass jemand, der vorweg geht, der kann ja auch, wenn ich jetzt Angst habe, mein Haus zu verlieren, beispielsweise. So, dann würde ich hergehen und sagen, wir müssen noch das machen, wir müssen noch das machen. So, ich presche vor, eigentlich aus Angst, nicht aus Wut. So, und das ist ja das Spannende und genau da bin ich beim Gesichtlesen dieses, aus welcher Motivation machst du etwas? Brichst du nach vorne, weil du ein Vorprescher bist und weil du einfach in deiner Persönlichkeit jemand bist, der sagt, ich will mit Muno gewinnen, nach vorne oder hast du dir blau fertig analysiert, damit du deine Familie in deinem Drei-Zimmer-Wohnung oder in deinem, ist egal, laut irgendwie berechnet hast, dass es eine gute Idee ist, Unternehmer zu sein und ein Unternehmer muss so sein, damit er ein guter Unternehmer ist, dann tust du es ja nicht aus der intrinsischen Motivation raus, weil du Unternehmer bist und nach vorne drängst, sondern weil du dir errechnet hast, dass das eine gute Idee ist. Und wenn du dir das nur errechnet hast und den Persönlichkeitstypen aber nicht mitnimmst, dann kostet es dich immens Kraft. Und dann ändert es nichts daran, dass du in der Tiefe deiner Seele eher ein unsicherer Mensch bist. Weil blau ist Unsicherheit. Blau ist Unsicherheit, aber blau Unsicherheit hat erstmal nichts mit Angst zu tun. Oder doch? Also der blaue Bereich ist die Emotion, des blauen Bereiches ist Angst. Tatsächlich. Das ist interessant. Ich habe mal so ein Disc-Ding gemacht und ich war sehr stark gelb ausgeprägt, das war die stärkste und danach kam direkt grün und rot und das Modell war so negativ blau. Das ist ganz merkwürdig, dass ich quasi hasse Buchhalter und finde alles andere aber mega geil. Sozusagen, das war meine Kurzerklärung dessen. So bist du, Persönlichkeitstest. Und ich empfinde mich, vielleicht empfinde ich mich auch falsch, wenn ich sage, ich bin nicht wütend, ich schreie halt selten rum. Also würde es mich jetzt nicht erleben, dass ich jetzt irgendwen anschreie. Ich bin sehr ruhig, was ja aber nicht heißen muss, dass ich nicht wütend bin. Wohl wahr. So. Und was auch dann nicht automatisch heißt, dass ich ängstlich wäre, weil man muss entweder ängstlich sein oder wütend. Das heißt dann auch nicht, vielleicht bin ich viel wütender, als ich denke. So. Und genau daran, dahin kommen wir beim Gesichtlesen. Dieses wirklich zu sehen, nicht, was hast du gelernt, womit hast du überlebt. Also ich meine, wir haben alle über unsere Überlebensstrategien in der Kindheit, wir haben unsere Ansprüche an uns selbst, wir haben unser gesellschaftliches Bild. Und daraus entsteht irgendwie wir. Aber wer bist denn du? Und das zeigt dir dein Gesicht. Und dann, da genau rauszufinden, guck mal, da ist eine Wut. Wo ist denn die Wut? Ich sage das jetzt nicht über dich, dafür müsste ich dich jetzt tief lesen, aber wo ist denn die Wut hin? Und wo ist denn, bist du denn vielleicht doch James Bond und gar nicht Ameisen-Erfolg? Hüter. Und so kommen wir auf eine ganz behutsame Art und Weise an die Wahrheit deines Lebens. Lustigerweise, ohne dass ich mir das selbst erarbeiten muss, weil das gibst du mir nicht vor, sondern das analysierst du. Und dann kriege ich da einen Bericht und da steht drin, du bist der Herrscher-Typ. Also, du bist, mache ich hoffentlich selten. Okay. Also, müsste man jetzt auch noch mal gucken, wie oft ich du bist gesagt habe. Von der Haltung her, mache ich das selten oder möchte ich das auch nicht, weil wer bin ich, um dir zu sagen, wer bist du? Also, ich meine, das ist, wer bin ich? Aber ich gebe dir eine Idee davon und du wirst darauf resonieren. Oder halt nicht. Oder ich habe es falsch gelesen. Das kann ja sein. Also, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Aber wenn ich fehlerfrei lese, in meiner These, in meiner kleinen Welt, Gesicht lesen funktioniert und du wirst resonieren. Also, ich habe schon die größten, stärksten Unternehmer vor mir gesitzen gehabt, wo auf einmal ein Tränchen runtergerollt ist, weil jemand nach 40 Jahren das erste Mal etwas über sich gehört hat, was er selbst vergessen hat und sich erinnern konnte. Interessant. Das heißt, also, ich hatte vor ein paar Wochen mal hier den Oliver-Ruppel-Hypnose da und der Grundgedanke von Hypnose, du hast ja auch eine Hypnose-Ausbildung, habe ich gesehen, ist so tief in sich selbst einzutauchen, dass man versteht, wer man ist. Genau. So, das ist eine Möglichkeit, eine Alternative und oder, also eine mögliche Zusatzoption oder eine mögliche Alternative wäre zu sagen, ich lasse mir sagen, wie ich aussehe, das ist schön. Aber aufgrund der vielleicht ist das schwer, dass ich selbst erkenne, wer ich bin, weil wenn ich das schon erkannt hätte, dann würde ich ja bei dir nicht anrufen und sagen, sag mal, wer ich bin, das weiß ich ja und bin im Frieden. Es gibt irgendwie einen Anlass. Und irgendwas stimmt nicht, ich weiß aber nicht was und ich will wissen, wer ich bin und dann lege ich mich vielleicht auf so eine Hypnose-Couch und sage, keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Zugang zu mir, wo fangen wir denn an? Und dann wäre so ein, halt gerade vermutlich für Leute, die sehr obrigkeitshörig sind, also ich habe das bei, bei meiner Freundin, die hat mal im Job so ein, die ist jetzt nicht obrigkeitshörig, aber für, die hat, ist irgendwie introvertiert. Und jetzt hat die überrascht, dass sie introvertiert ist und immer, wenn die irgendwie, wenn zum Essen eingeladen wird und das absagt, ist das für die ganz schwierig, weil die möchte auch, dass die Leute sie mögen und so und dann erinnert die sich, ach, ich habe ja diesen Zettel und da steht drauf, dass ich introvertiert bin und deswegen kann ich jetzt guten Gewissens absagen, weil das ist für mich viel zu energetisch aufwendig. Alle anderen sind extrovertiert, deswegen sind die da und die haben dann so einen Zettel und eine Rechtfertigung, wogegen die Königsdisziplin wäre ja ich fühle das heute nicht, ich habe keinen Bock dahin zu gehen und ich brauche den Zettel nicht, aber wenn ich den Zettel habe, kann der extrem helfen. Voll. Also ich sage auch, was ich oft gesagt bekomme, ist nach dem Reading, du hast mir erlaubt, ich selbst zu sein. Also weißt du, es ist keine Rechtfertigung. Eine ganz wunderschöne Formulierung. Du hast mir erlaubt. Ja, geil, ne? Sorry. Natürlich, nee, total bescheuert, da hast du schon recht, aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass man sich irgendwann hinsetzt und sagt, ich bin okay so. Ich bin so. Ich arbeite daran, dieses Gefühl zu entwickeln. Und ich glaube, dass ein gutes Reading dir genau dieses Gefühl schenkt, weil es dir, und es gibt so viele, die sagen, ey, ich bin aus diesem Reading gekommen und ich habe geleuchtet. Und weißt du, es ist halt nicht dieses Dopaminleuchten, so Uga Uga, wir haben jetzt ein Jahr lang oder wir haben jetzt einen Tag lang irgendwie eine krasse Veranstaltung gemacht und yay, wir haben Luftballons und hier, sondern es ist so, es ist so ein Erinnern an deine Seele und ein Blick, das darfst du, weil dafür bist du gedacht, so bist du auf die Welt gekommen. Und witzig, dass du das sagst mit der Hypnose, tatsächlich habe ich eine Kooperation mit meinem beruflichen Ehemann, der auch Hypnotiseur ist, unter anderem. Dein beruflicher Ehemann? Ja. Also du hast eine berufliche Kooperation mit deinem Ehemann oder du hast einen beruflichen Ehemann? Ich habe einen beruflichen Ehemann. Okay. Es fühlt sich an wie eine Ehe, die aber halt nicht zwischen Mann und Frau stattfindet, sondern zwischen Tobias Dufen und Anne Vierhauser. Eine unromantische Ehe sozusagen. Also die hat auch überhaupt nichts zwischen, also gar nichts irgendwie. Die ist auch eine offene Ehe. Interessant. Aber es fühlt sich am besten an, zu sagen beruflicher Ehemann, weil wir uns einfach, ja, ist so, ist auch egal. Und ganz oft hypnotisiert er die Menschen, die von mir die Lebensaufgabe gesagt bekommen haben, weil sie sagen, ich spüre das, aber ich komme nicht dran. Interessant. Und dann verbindet er den Menschen auf Seelenebene mit dieser Lebensaufgabe und guckt sich mit dem zusammen an, warum er nicht dran kommt. Und dann hast du da Prägung, Gesellschaft, ich muss, die Sicherheit, die Kinder, all diese Sachen. Und es ist ganz oft so, dass die Menschen das total spüren, die Lebensaufgabe, aber sagen, ich kann nicht. Und dann hilft das Gesichtlesen nicht mehr, weil ich kann, das Gesichtlesen macht dir ja nicht deine Blockaden weg. Aber dann hilft sowas wie eine Hypnose oder M-Trace oder was ist da, da gibt es ja tausend Sachen, die dir dann dich nähern, die innere verbinden. Ja, genau. Die Gefahr ist jetzt natürlich, dass dein Report der Berufung oder Lebensaufgabe falsch war. Ja. Und dann, je nachdem, es gibt ja suggestive Hypnose und explorative Hypnose, glaube ich. So ungefähr. Schön, dass du so viele Worte dazu kennst in deiner tiefliegenden Augen. Keine Ahnung, so versuche ich mir das zu merken. Und wenn ich jetzt bei der suggestiven Hypnose, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ja nicht Raucher sein, ist relativ simpel, rauch nicht, rauch nicht, rauch nicht, rauch nicht. So, aber wenn mir jetzt jemand sagt, du bist ein Herrscher, so sinngemäß und ich bin aber James Bond und deine Diagnose in Anführungsstrichen war falsch, dann habe ich ja, ist der Schaden möglich, aber sehr, sehr groß, weil ich, wenn man an das Hypnose-System glaubt, sehr tief in mein Inneres vordringe, das manipuliere, aber nicht kongruent mit dem ist, weil ich wirklich bin. Aber das ist das, man würde in dem Fall, also Mann weiß ich nicht, aber Tobias Duven würde in dem Fall nie sagen, du bist Herrscher, du bist Herrscher, sondern er würde eher gemeinsam mit dir rausfinden, ist das wirklich deine Lebensaufgabe? Also sprich, wir nehmen mal die Energie des Herrschers und du setzt dich dem mal gegenüber. Und wie fühlt sich das dann an? Was steht denn dazwischen? Da ist dann auch ein systemisches Arbeiten dabei. Das ist viel mehr, also dieses Du bist und das ist genau das, ich hasse es zu sagen, Du bist. Also ich würde auch nie sagen, Du bist ein Herrscher, sondern ich würde sagen, Du bist in diesem System der Herrscherenergie zugeordnet. Und weißt du, deswegen sage ich auch nicht, ja, die Lebensaufgabe steht in deinem Gesicht, zu nennen. Ja. Weil immer wieder, es geht nicht ums Ego. Und ich glaube, das ist der große Unterschied und das ist auch die große Gefahr beim Gesicht lesen. Gesicht lesen ist so eine riesige Einladung zum Ego aufpolieren. Also ob du in der Kneipe stehst und sagst, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du für Probleme hast, ich weiß, wie deine Kindheit war oder du bist so und nicht so. Das ist einfach alles Ego. Futter. Und ich glaube, die Kunst ist, das Ego immer rauszunehmen und immer zu sagen, ich diene dir, nicht mir. Das ist, glaube ich, immer die Kunst oder der hohe Anspruch der Kunst. Aber dann kommt das, nur zu sagen, ich stelle mein Ego mal an die Seite. Ja. Genau. Das funktioniert, meistens die Leute, die schreien, ich stelle mein Ego an die Seite, die stellen ihr Ego sowas von nicht an die Seite. So, die sind mehr oder weniger Ego und nicht alle natürlich. Naja, aber da hast du schon recht. Und ich glaube, das ist, ich weiß auch nicht, ob mir das für immer gelingt, aber ich habe ein paar Menschen, Notfallanker in meinem Freundeskreis, wo ich gesagt habe, wenn ich das und das und das und das jemals in meinem Leben mache. Was? Kategorisieren, Schubladen denken, mich über andere hinwegstellen, also eine Augenhöhe verlieren, Macht ausüben dadurch, durch, weil ich Gesichtleser bin. Ich habe tatsächlich einen Ehrenkodex entwickelt für Gesichtleser, an denen ich mich selbst sehr stark halte. Und wenn der nicht gehalten wird, beziehungsweise ich nicht mehr in der Lage dazu bin, dann sollte ich was anderes machen. Wenn man jetzt gesichtslesend vergleicht mit, du hast gesagt, es kann eine Waffe sein. Wenn ich es mit Waffen vergleiche und sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Waffenhändler bin und verkaufe ein automatisches Gewehr, so, dann gibt es den Fall, der ist Schütze und schießt auf eine Pappschachtel. Es gibt auch den Fall, der wird, das Kind kriegt die Waffe und macht einen Amoklauf an der Schule. Das wäre quasi der normale, in Anführungsstrichen in Amerika, normale Worst Case. Wenn ich jetzt ein böser Gesichtsleser wäre, wie und was für Schaden kann ich anrichten? Folgen wir der These, dass ich die Stärken eines Menschen und die Schönheit einer Seele im Gesicht erkenne, ob jetzt nach fünf Minuten oder nach zwei Stunden, ist jetzt erstmal egal. Dann muss ich daran glauben, wenn ich das eine kann, dass ich das andere auch möglich machen kann. Und so sehr, wie ich einen Menschen in seinen ganz persönlichen Himmel legen kann, der seine Erlaubnis in sich findet, der in eine goldene Dusche gestellt wird, wo er einfach sagt, ich darf so sein, wie ich bin. Wenn du dieser These folgen willst, dann musst du der These folgen, du kannst einen Menschen in seine persönliche Hölle hauen. Indem du ihm sagst, was er alles nicht kann, wofür er nicht fähig ist, warum er, es ist auch immer die Frage, will ich das schönste Geschenk für die Welt in dir sehen oder will ich den größten Arsch in dir sehen? Ich finde schon beides. Das heißt, derjenige, der den größten Schaden anrichten könnte, wäre jemand, der sagt, ich möchte gerne Menschen schaden und ich möchte ihn manipulieren und ich will verstehen, wer der wirklich ist und dann kann ich zu den Zeitpunkten, wie ich möchte, das ausnutzen. Nehmen wir jetzt mal meine, du sagst, ich möchte dir helfen. Das heißt, Hilfsbereitschaft kann man immer ausnutzen. Wenn das jemand sieht, was zum Beispiel Psychopathen sehr, sehr gut sehen, die brauchen da keine gesichtsläge Ausbildung, sagen, der will dir helfen, also den, da kann ich das Steak bestellen sozusagen und das ist jetzt wirklich das sehr einfachste Beispiel. Genau so ist es. Interessant, das heißt, es gibt diesen Ehrenkodex und idealerweise gibt es, versuchst du niemanden auszubilden, bei dem du diese Intention, siehst du das, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich will, also das ist tatsächlich Teil meines Konzeptes, weil mein Basisseminar ist Talente und Potenziale im Gesicht erkennen. Also da lernst du zweieinhalb Tage lang Wertschätzung eines Menschen gegenüber. Also wo du einfach sagst, okay, welche Merkmale gibt es im Gesicht, um zu erkennen, was kann dieser Mensch besonders gut und ich glaube, dass du mit dem Wissen dieses Seminars ehrlicherweise nichts anrichten kannst, weil du nur Positives siehst und weil ich auch ganz klar sage, ich rede hier an diesem Wochenende nicht darüber, was es alles Schlechtes im Gesicht gibt. Ich bin mir bewusst darüber, dass es Merkmale gibt, die schwierig sind, aber darüber rede ich nicht. Also ich mache in meinem eigenen Seminar für alle auf, die Talente und Potenziale im Gesicht erkennen wollen. dann kannst du dich bei einer Intensivausbildung bei mir anmelden und offengesprochen nachweislich lehne ich 40 Prozent ab, weil ich sage, 40 Prozent? A, weil es mir nicht ums Geld geht und weil ich mir der Verantwortung bewusst bin. Weil die Menschen, die in der Intensivausbildung waren, die können es. Wie lange dauert das? Ein halbes Jahr. Also es ist ein siebentägiges Intensivretreat und dann kriegen die ziemlich krasse Aufgaben, wo sie, also wo die mir Dinge abgeben müssen, wo du so denkst, okay, das werde ich niemals in meinem Leben lesen müssen, aber sie müssen es halt bei mir lesen. Die kriegen dann ein Foto von? Ja, ja. Die kriegen dann verschiedene Dinge, wo ich einfach sage, so, jetzt lese mir mal das Gesicht. Und dann schicken die das zurück und dann korrigierst du das und dann Feedback kriege ich das und dann entwickeln die sich, die merken, wo sie besonders gut sind und ich merke, ob sie es können oder nicht und dann auch den Abschluss, wenn die innerhalb dieser Zeit nicht liebend und wertschätzend lesen, dann nehme ich sie nicht auf einen Abschluss mit, wo sie die Lebensaufgaben gelernt bekommen. Also es ist, oder ich gebe noch ein Seminar, auch wenn man die Intensivausbildung nicht machen will, ein Seminar, das hieß tatsächlich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, da heißt heute Erlebnisse und Emotionen im Gesicht erkennen, wo du aber ganz klar auch Traumata und schlechte Erfahrungen, Kindheitserfahrungen, all diese Sachen liest. Ich nehme da nicht jeden rein. Also Was sind typische Profile, die du aussortierst? Menschen, von denen ich denke, dass sie manipulieren wollen. Also du hast es gerade so schön gesagt mit dem Manipulieren, ich glaube und das ist eine Haltungsfrage, willst du inspirieren oder willst du manipulieren? Das ist eigentlich das Gleiche, nur mit einer anderen Haltung. Und wenn ich das Gefühl habe, also ich bin ja auch ein sehr dominanter Mensch und immer wieder, ich habe, also man könnte mir auch sagen, du bist doch die erste Narzisstin auf der Welt. Dennoch habe ich eine tiefe Entscheidung, die man auch in meinem Gesicht tatsächlich sieht, in mir, die sagt, ich möchte Menschen nicht schaden und ich möchte inspirieren. Wenn du 40 Prozent ablehnst, sind das ja, wie viele Teilnehmer hat das Intensivprogramm? Also das letzte hat 22 gehabt. Das heißt, du lehnst so 15 ab. Ja. So, die haben Bock, die wollen das lernen und denen sagst du, sorry. Nein, ich verzichte auf deine 6.000 Euro. Ja. Und was sagen die dann? Weil du musst das ja begründen oder begründest du das nicht? Naja, also ehrlicherweise muss ich das begründen. Also da denke ich auch, ich gebe den Menschen eine Chance, das zu verstehen, aber ich muss ihnen nicht in den Boden rammen. Also ich muss auch nicht sagen, ich nehme dich nicht, weil ich denke, dass du ein manipulatives Arschloch bist. Also und ganz ehrlich, die kommen zu mir auch nicht, weil die kommen auch nicht zu Talente und Potenziale im Gesicht erkennen. Also manchen sage ich, ich glaube, dass du noch auf deinem Weg ein bisschen mehr dich um dich kümmern musst, um dich dann um Menschen zu kümmern. Lass uns in zwei Jahren nochmal reden und mach dazwischen das und das. Manchen erzähle ich Geschichten, weil ich sie nicht verletzen möchte und manchen sage ich. Was für Geschichten? Kurs ist voll. Kurs, naja gut. Dann kommen die beiden, ja. Genau. Ziel für eine Strategie. Also ja, ich habe schon gesagt, das passt nicht, die Gruppe passt nicht zu dir. Also ich setze auch die Gruppen tatsächlich zusammen und sage, okay, die Gruppe passt und dann sage ich jemandem, in die Gruppe kommst du nicht, aber du kannst in die nächste Gruppe kommen. Also so, ich lasse mir da was einfallen. Und dann, ja, können sie bitte zu einem anderen Gesichtleser gehen. Es gibt ja genug. Ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt so viele. Aber diejenigen, die halt sagen wollen, ich möchte den Narzissten kennenlernen oder sehen können, die sind bei mir falsch. Und da ist mir Geld auch zu wenig wert, um zu sagen, ich bin bereit, dir dieses Wissen zu geben, nur um mein Konto voll zu machen. Das, das darf, ich glaube, das darf kein Gesichtleser machen. Verstanden. Das heißt, die Leute, die zu dir kommen, möchten die, was, ich meine, 6.000 Euro ist viel Geld? Ist auch eine Intensivausbildung. Also. Aber die ersten zwei, drei Tage kosten? 890 netto. Netto. 1.000 Euro ungefähr. 1.000 Euro und 6.000 Euro. Das macht, machen das Leute, weil die einfach mal so ein bisschen Spaß haben wollen oder haben die ein berufliches Interesse daran? Alles. Also es gibt tatsächlich, also ein bisschen Spaß haben wollen. Ich glaube, dafür sind 6.000 Euro zu viel. Und so viel, so spaßig ist es nicht. Also ich glaube, es ist sehr tief und sehr intensiv und es ist lebensverändernd, was ich immer so erzählt bekomme. Aber Spaß geht so. Weil ich einfach auch erwarte, Menschen, die anderen Menschen in die Seele schauen, gucken sich selbst erst mal in die Seele. Also du musst schon über dich sehr, sehr bewusst sein, dass du einen anderen Menschen ohne Projektionen und Reflexionen lesen kannst. Also wenn ich irgendein Problem habe und alles nur auf dich projekziere, dann bin ich kein guter Gesichtleser. Also am allerersten musst du mit dir selbst sortiert sein oder deine Themen zumindest kennen. Ich sage nicht, dass ich voll aufgeräumt bin, aber ich kenne meine Themen und kümmere mich um meine Themen. Es sind Menschen, die sagen, weil es hat halt immer was mit Persönlichkeitsentwicklung bei mir zu tun. Es sind Menschen, die sagen, ich will da weitergehen. Du hast mir etwas über mich oder das Gesicht lesen hat mir einen Zugang zu mir gegeben, den ich weitergehen möchte. Es sind Menschen aus der Wirtschaft, Personaler, viele Führungskräfte, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier weitermachen soll. Also gehe ich jetzt mal auf die individuelle Art. Lehrer, ich habe viele Lehrer, Berufsschullehrer und auch Gymnasiallehrer. Da ist ehrlicherweise, ist da alles dabei. Natürlich viele Coaches, Therapeuten, Psychologen. Ehrlicherweise gibt es nichts, was ich noch nicht hatte. Er hat letztens einen Flugzeugingenieur dabei gehabt. Aber gut, der will sich ja nicht besser um Flugzeuge kümmern, sondern der will das. Der hat es aus Mitarbeiterführungsgründen gemacht. Interessant. Wie lange oder wie viel Zeit müsste ich investieren, ich als Ben, um Gesichtslesen nutzen zu können, um besser an diesem Tisch zu funktionieren? Zweieinhalb Tage. Zweieinhalb Tage. Ja, also tatsächlich bin ich ganz fest davon überzeugt, weil ich mein Seminar so aufbaue. Ich hasse Theorie-Seminare und ich möchte, dass die Menschen einfach was lernen und ich möchte, dass sie es spüren und dass sie es erfahren, weil alles, was wir lernen, ist noch lange nicht erfahren. Und deswegen erfahren wir in dem Seminar sehr viel. Und der Schluss des Seminars ist immer und ich sage immer und mit immer meine ich immer und wenn es nicht so ist, dann zahle ich das Geld zurück. Jeder liest am Ende des Seminars eine Person. Und zwar nicht halaha, da ist ein Foto und ich quatsch mal, sondern mit einer WhatsApp-Nachricht an die Person. Also es findet und du musst natürlich Vokabeln lernen und so. Das ist aber die ersten Vokabeln, die hast du ja jetzt schon. Großaugen, kleine Augen. Das ist ja, da fängt es ja schon an. Das ist ja schon eine Vokabel und ich habe mich nach zweieinhalb Tagen bei meinem ersten Gesichtlese-Seminar habe ich mich auf den Marktplatz gesetzt mit einem Plakat kostenfreie Face-Readings und habe gelernt und habe geübt und trainiert und praktisch gearbeitet, kostenfrei. Und ich habe das nach zweieinhalb Tagen gemacht und offengesprochen und es ist mein Seminar praktischer konzipiert als das, was ich gemacht habe. Das heißt, ich könnte jetzt mit meinem kleinen Verbrecher-Gehirn hergehen, bei dir zweieinhalb Tage so einen Kurs machen und du hast auf das Schild Face-Reading geschrieben, aber ich könnte auch kurz draufschreiben, ich gucke in deine Seele und dann mache ich ein bisschen Wusa und ich gucke dir tatsächlich ins Gesicht und könnte relativ akkurat Wusa machen und dann würde ich sagen, er hat über natürliche Kräfte. Ja, kann sie machen. Ja, okay. Interessant. Ihr trefft mich demnächst, vergesst dieses Podcasting-Ding, auf den Marktplätzen dieser Republik und ich werde Hand auflegen und sowas alles machen. Glaubt ihr kein Wort? Also es würde halt nicht so authentisch rüberkommen. Es wäre eher unwahrscheinlich. Aber ich finde das Thema ja spannend. Also ich versuche den Menschen zu verstehen und der so vor mir sitzt und alles, was mir irgendwie Tools an die Hand gibt, das besser zu machen. Das ist irgendwie cool. Das ist so. Und ich lasse mich halt irgendwie ungern verarschen und von daher manchmal mache ich Podcasts und spreche mit Leuten und dann kriege ich Voice-Nachrichten dazu. Alle lustigerweise gucken wirklich viele in den Podcasts und Benjamin, du hast dich schon wieder da verarschen lassen. Der Typ ist doch so und so und so und so und so und so und das kann doch nicht sein. Da denke ich, vielleicht hat er recht und vielleicht hat er unrecht. Aber lustigerweise, das Feedback, was ich am meisten bekomme, ist, Benjamin, du musst mehr auf dein Herz hören, weil in der Ratio macht das alles Sinn, was der oder die dann sagt. Aber auf der Emotion sagst du, siehst du nicht, dass das so und so und so. Oh Gott, ich bin gespannt, was du für Sprachnachrichten über mich gehst. Kann ich dir gerne weiterleiten? Frag nochmal ganz kurz, wie es mir geht davor. Nein, würde ich dir nicht, also wenn dich das interessieren würde, dann gerne. Das würde mich sehr interessieren. Aber es gibt ja auch dankenswerterweise die Kommentare, die sind ja sowieso öffentlich und da werden Leute vermutlich drunter schreiben. Da gibt es, also das ist mein größtes Learning, dieser ganzen Kommentar, in diesem Kommentar-Game, dass Leute in ihrer Meinung bestätigt werden wollen. Also es gibt Leute, die finden Face-Reading mega geil und die finden alles spirituell und übernatürlich mega geil und die werden dir sagen, wie absolut geil du bist. So und dann gibt es die, die sagen, das ist totaler Mumpitz, die will nur Geld verdienen, die, das ist absolut Scharlatanerei. Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen und die Nationalsozialisten haben es benutzt und das ist falsch. Genau. Genau, die gibt es auch. Die gibt es auch und sind meistens die, die mehr schreiben als die anderen. Ja, die du vermutlich mehr wahrnimmst, weil negatives Feedback nehmen wir, also du kannst zehn gute Kommentare lesen, ja, ja, cool, 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 cool und einer sagt, die ist ein bisschen doof, die hat gesagt, ne? Oh ja, aber tatsächlich, also ich habe gerade so einen Narzissen-Post gemacht, in dem ich ganz klar sage, du kannst das nicht erkennen, aber die Menschen lesen ja auch nicht, was drin steht. Da stehen, also sieben schlechte Kommentare und ein positives. Also es ist tatsächlich, kannst du nachzählen. Ja, okay. Also ich glaube, dass die Menschen Dinge eher schreiben, ich schreibe lieber eine schlechte Bewertung als eine gute. Das ist aber noch so ein bisschen so Social-Media-Algorithmus, also es gibt diese Echo-Chemper, so Leute, die interagieren, denen wird das ausgeliefert und die ersten zwei Leute das scheiße finden, dann wird das, und die interagieren, sagt, der Algorithmus ist ja prima, dann finden wir noch Leute, die so ähnlich sind. Na toll, danke. So ist es halt, so funktioniert das Game und auch da stelle ich fest, zum Beispiel, dass die, wenn die ersten Kommentare unter einem Video positive sind, dann verstärkt sich das über die Zeit. Ah, das ist ja hilfreich. Wenn die, die deswegen, viele so große Social-Media-Influencer, die haben quasi ihre Bubble-An-Core-Fans, die sagen, bitte kommentiert um das Video und dann sind da manchmal unter in drei Minuten 20 Kommentare, ja, mega, mega Interview. Junge, das ist drei Stunden. Das ist ein bisschen albern. Aber du siehst das positiv wie negativ und da gibt es halt Leute, die halt sozusagen den Algorithmus, je nachdem kann das dann, ja. Spannend. Das Influencer-Game. Ein ganz anderes Game nochmal. Was heißt ganz anderes Game? Es ist ein Game, in dem wir, also was heißt ein Game, sondern ein Orte, also Social-Media nutzen wir ja alle irgendwie und damit zu verstehen, warum was funktioniert. Also ich habe zum Beispiel oder warum was nicht funktioniert, warum was ausgeliefert wird. Ich habe einen Podcast mit der militanten Veganerin gemacht. Wir haben, ich habe danach geguckt, ich glaube zwei Prozent der deutschen Bevölkerung sind vegan. So 98 Prozent nicht. So in den Kommentaren 50 bis 60 Prozent Veganer. So ist das also repräsentativ? Nein, natürlich. Nein, absolut nicht. Aber es ist halt in dem, die reagieren emotional. Den meisten Fleischwässern sind halt Veganer egal, aber Veganer sind nicht frei, also den Veganern sind Fleischwässer nicht egal. Ja, ja, voll. Das ist wie mit uns in Österreich. Die Österreicher denken die ganze Zeit an uns und denken, die blöden Deutschen, die ist das. Mir als Deutsche ist Österreich komplett egal. Und seine Augen leuchten schelmisch. Ja, aber ich finde Österreich mega geil. Ich bin da super gerne. Das ist ein super schönes Land, ist eine richtig coole Kultur. Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich da durch die Tür komme, dann kommt so dieses Ganze, oh, wie finden wir euch Deutschen? Wenn ein Österreicher aber hier bei mir durch die Tür kommt, Österreich ist so ein kleines Land, das ist mir ein bisschen egal. Aber denen ist halt natürlich, weil Deutschland, der große Nachbar ist, nicht egal. Aber das ist jetzt nicht arrogant, was du gerade tust, oder? Das ist nicht arrogant, ich würde nicht sagen arrogant, es ist ja tatsächlich so. Das ist witzig, weil ich bin auch super oft in Österreich. Okay. Mir hat das noch niemand gesagt. Also da ist ja wieder diese Frage, also ich meine, ich sage auch in Dresden, alle Menschen sind da ausländerfeindlich und fremdenfeindlich und doof. Vielleicht erschaffe ich mir das ja auch nur. Ah, die Dichte derer. Ja, jetzt brauchen wir nicht über die AfD zu reden. Ja, aber die AfD, das ist ja ein komplexeres Thema. Es ist ja nicht nur, bin ich fremdenfeindlich, wähle ich AfD. Wenn ich ein guter Mensch bin, wähle ich keine AfD. Also so einfach ist es wirklich auch nicht. Ich dachte, so wird es doch immer dargestellt. So wird es dargestellt. Soll die Zukunft schön sein, wähle die AfD, ansonsten nicht. Ja, ja. Was auf jeden, also es gibt wenige ultimative Wahrheiten, glaube ich, aber eine der ultimativen Wahrheiten ist, meistens ist es nicht schwarz-weiß. Ganz, ganz selten. Und jeder, der behauptet, dass irgendwas schwarz-weiß ist, hat meistens irgendwie Dreck am Stecken. und egal, nehmen wir jetzt mal die AfD-Diskussion, da sind irgendwie, ich meine, die AfD hat mittlerweile irgendwie 30, 35 Prozent der Wählerstimmen. So, dass jetzt, ich sage mal, 65 Prozent des deutschen Volkes sagen, 35 Prozent sind kranke Nazis. Die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist eher unwahrscheinlich. Es stimmt. Es ist eher unwahrscheinlich. Und die 35 Prozent sagen, wir fühlen uns überhaupt nicht gehört. Und die, so, es ist komplexer, es ist komplexer als das, wie wir es gern hätten. Wie immer halt. Einfache Wahrheit. Ja. Mit Blick auf die Uhr, liebe Anne, würde ich dir noch eine Frage stellen. Es sei denn, du hast noch was, wo du sagst, da müssen wir noch mal drüber sprechen, da müssen wir noch reingehen, das war mir jetzt zu überflächlich. Nee, alles cool. Fantastisch. Nee, das ist nicht die AfD. Nee, bitte nicht. Nein, um Gottes willen. Das lassen wir. Auch politisch ist auch immer schwierig, weil, nein, also grundsätzlich ist, Politik ist sowas, da muss ich noch kurz den Gedanken ausführen, ist etwas, wo wir keinen Einfluss eigentlich drauf haben. Das ist was, wo wir tendenziell Emotionen abreagieren können. So, die blöde Regierung, die gefährliche AfD, dies, das, aber das hat in meinem eigenen, so, Realm of Competence, sagt man auf Englisch, gibt es keine Politik. So, Politik sind die da oben und die machen das und dann kann ich quasi, ich sag mal, wenn jemand eine Zeitung seines eigenen Lebens bekäme, wäre das eine mega interessante Zeitung. Aber wenn du eine Zeitung aufschlägst, sind meistens Themen, auf die du absolut keinen Einfluss hast mit deiner Stimme irgendwie alle vier Jahre, aber es geht so, meistens bist du halt irgendwie in deinen eigenen Themen verfangen und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, dann sagen die, scheiße, weil Deutschland den Bach runter geht. Und dann denkst du, nein. Ich bin nochmal neu. Wie geht's dir? Dir geht's nicht, scheiß, weil Deutschland, nein, das ist sehr unwahrscheinlich, sondern dir geht es vielleicht scheiße, das mag schon sein, aber nicht, weil Deutschland, sondern weil irgendwas mit dir oder irgendwas mit, keine Ahnung, deinem Mutter, Vater, Kind oder so. Sorry. Eine kleine politische. Nee, finde ich auch sehr schön. Also ich finde dieses auch mit dieser Zeitung deines eigenen Lebens. Und ja, es darf man sich mal ein paar Gedanken drüber machen. Die Zeitung des eigenen Lebens hätte eine sehr geringe Auflage, weil die zu lesen sehr, sehr schmerzhaft ist. Und arg anstrengend. Ja, ja, ich bin bei dir. Die Zeitung über das Leben der anderen, die gibt's viel. Da gibt's halt, ich meine, die ganzen Boulevardblätter, was der Promi wieder mit welchem Promi und der Politiker mit dem Politiker und wer wieder, so das gibt's reichlich. Du kannst dich so schön ablenken. Egal. Guck mal. Apropos Ablenkung. Ich wollte auf meine, meine letzte Frage. Wenn es ein Plakat gäbe, was du morgen beschreiben könntest, was ganz Deutschland morgen sieht, was steht drauf? Sag ja zu dir. Sag ja zu dir. Weil darum geht's am Ende des Tages. Wenn ich ja zu all dem sage, was in mir ist und mir meine Wut nicht weghypnotisiere, sondern es so transformiere, dass es eine Kraft ist, wenn ich mich nicht ständig frage, was mache ich alles falsch und was kann ich alles nicht, sondern sage, und da bin ich gut und das kann ich der Welt schenken. Wenn wir anfangen würden, uns die Freiheit zu geben, sein zu können, wie wir sind, und dann können wir auch anderen die Freiheit geben und dann entsteht Frieden. Und ich glaube, der Frieden fängt als allererstes in uns selbst an und zwar mit meinen eigenen Persönlichkeitsanteilen, die ich manchmal kenne, manchmal nicht, die mir bewusst sind, die weggeprägt wurden, was auch immer. Und ich glaube, wenn wir ja zu uns selbst sagen, dann braucht es ganz viele Dinge nicht mehr. Sag ja zu dir selbst. Herzlichen Dank, liebe Anne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vermutlich werden wir uns in irgendeinem Seminar irgendwas sehen und dann hast du vielleicht, wenn ich sage, ich möchte ja auch das Intensivseminar machen, dann denkst du, wie sage ich jetzt dem Ben, dass er das nicht darf? So, ich habe dem schon erklärt, dass es ja so weit, bist du oder nicht, das zieht nicht. Du, dann schicke ich dir einfach Minute von unserem Podcast. Grüße. Genau, die Minute ist, ich kann dem ja nicht sagen, dass er ein arrogantes scheiß Arschloch ist. Liebguss, alles Gute, und alles Gute dir auf deinem weiteren Lebensweg. Cool. Ich bin sehr gespannt, mich interessiert das Thema offensichtlich und ich bin mal gespannt, wie es mit dir weitergeht. Ich freue mich auf dich im Seminar. In Köln übrigens bald. In Köln? Ja. Im August. Im August, wann, ja? Ja, bin ich wieder super vorbereitet, gell? Das erste Wochenende nach eurem, nach euren Sommerferien hier. Nach unseren Sommerferien. Ja, so. Du bist doch Kölner. Ja, Sommerferien relativ spät. Ja. Ist das 26. August? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe am 23. August Geburtstag. Ach echt? Ah, Löwe. Guck mal. Ja, Löwe. Letzter Tag. Oh Wunder. Oh Wunder. Findest du Wunder oder nicht Oh Wunder? Wundert mich nicht. Wundert dich nicht. Okay, aber jetzt bin ich Hirsch, Löwe und noch Baum. Baum. Nice. Anne, wir schließen das hier wieder ab. Herzlichen Dank. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Das ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich stimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017